Hallo und herzlich willkommen zum niegelnagelneuesten Interview-Special hier beim Tele-Stammtisch. Leute, ihr wisst, ich war bei der Comic-Con Germany in Stuttgart. Dort habe ich zwei Tage lang jede Menge Interviews geführt und die werde ich euch hier jetzt in zwei Specials präsentieren. Eine ganz tolle Veranstaltung, die im Vergleich zu anderen Cons, die ich miterleben konnte, das Wort Comic auch zu Recht im Namen trägt. Ich will das gar nicht so tun, als hätte ich tausend Fotos von Cosplayern gemacht, mich auf irgendwelche Schauspieler gestürzt oder da irgendwie viel Merch mitgenommen. All das sind Themen, die mich absolut null bocken. Da muss ich persönlich auch nicht auf so eine Con für fahren. Mir genügt es eben Filme und Serien zu sehen. Ich muss die Schauspieler jetzt sicher noch im Panel erleben, außer es ist Star Trek dann schon, aber es war kein Star Trek. Nun gut, Comics sind also mein Steckenpferd und das heißt, ich habe mir da mal wieder die ganzen Comic-Künstler geschnappt, die da waren. Kleinere, größere Verlage hatten wir da auch jede Menge und ich habe recht häufig mal ein Mikro rausgeholt und einen Plausch gehalten. Also da freut euch jetzt auf, ja doch im Endeffekt zwei ganz tolle Specials. Ich werde, wenn alles schief geht, ganz bald auch bei den Comic-Cookies mal wieder zu Gast sein. Dort werden wir auch mal ein bisschen Vergleiche ziehen zwischen eben dieser Con und dem Comic-Salon in Erlangen. Da freut euch drauf. Das wird vermutlich schon in der nächsten Ausgabe der Comic-Cookies der Fall sein. Wird auf jeden Fall verlinkt. Ich wünsche euch jetzt ganz, ganz, ganz viel Spaß mit den Interviews. Gerne könnt ihr kommentieren. Wie immer findet ihr in den Shownotes alle Links, die ihr braucht. Ich freue mich, wenn ihr irgendwo auf iTunes eine Bewertung dalasst, auf podcast.de, wenn ihr mir auf Twitter, Facebook oder Instagram irgendwie Feedback dalasst. Es gibt ja auch diesen berühmt-berüchtigten, total versteckten Blog von mir, wo ihr eben auch was schreiben könnt. Vielleicht kriege ich das sogar mit. Ja und ansonsten Feedback, Feedback, Feedback. Ich freue mich. Teilen macht schön. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Er beginnt der Interview-Marathon hier auf der Comic-Con Germany 2018. Oder ist es die German Comic-Con? Ich komme da mal durcheinander. Alles klar? Lass mich kurz gucken. Comic-Con Germany. Comic-Con Germany. Und ich habe hier Kollegen getroffen, die so nice waren mir nicht nur ihre Visitenkarte, sondern auch endlich mal einen Übersichtsplan von dieser Veranstaltung hier in die Hand zu drücken. Hallo, ich bin der Andi. Wer seid ihr? Ich bin der Florian von Gigerigi. Ich bin den Adeen von Gigerigi. Nichts, der Michel. Keur A dazu. Es soll ja Leute geben, die Gigerigi noch nicht kennen, weil sie irgendwie noch nie im Internet gewesen sind. Oh, da gibt es einige. Könnt ihr da vielleicht mal so grob andeuten, was das so ist? Ja, wir sind ein YouTube-Kanal. Wir machen Comic-Reviews, Unboxings, wir machen Messebesuche. Und unser Hauptaugenmerk lag eigentlich mal darauf, dass wir Deutschland durchreist haben und die Nerd-Läden besucht haben und davon halt so Nerd-Läden-Checks gemacht haben. Hat sich jetzt ein bisschen aufgehört, weil Bayern ist abgegrast und jetzt werden die Wege lang. Aber jetzt muss alles über das Internet stattfinden. Aber wir sind hier heute auf dieser Con in Stuttgart, die ja offensichtlich auch ganz gut besucht ist. Ist das eure erste? Warte ich schon mal hier? Nein, auf der RPC, aber hier noch nicht. Wie ist denn euer Ersteindruck? Was erwartet ihr von der Veranstaltung? Was kommt ihr so auf uns zu? Boah, viele Menschen, viele Möglichkeiten, Geld auszugeben, viel Wärme, keine Ahnung. Was willst du denn hören? Also ich finde, man merkt schon, wir sind so ein bisschen sprachlos, weil wir die ganze Zeit am Gucken sind. Also man kommt eigentlich nicht am Gucken raus, weil es so viele Cosplayer gibt und Stände und Sachen. Man muss die ganze Zeit rumgucken. Man kann eigentlich gar nicht viel reden, weil man so abgelenkt ist. Vorher ist hier ein T-Rex rumgerannt, lauter so Blödsinn halt. Ich komme jetzt ohne Kamera schlecht rüber, aber wir stehen hier außen am Rand, wo eigentlich gar nichts ist. Aber hier rennen keine Ahnung wie viele Leute rum, die auch alle begaffenswert sind. Und auch trotz der hohen Temperaturen ist in der Halle noch ganz angenehm, weil er aber belüftet ist. Das ist ein Riesenvorteil für sowas. Wenn ihr jetzt so persönlich, ich weiß nicht, ob ich euch den Plan mal angeguckt habe, Chuck Norris hat da zum Beispiel abgesagt, was für viele ein Grund gewesen sein dürfte, herzukommen. Hier gibt es ganz viel Cosplayer, hier gibt es viele Künstler. Gibt es vielleicht so Namen, auf die ihr besonders viel Bock habt oder lasst euch überraschen? Also ich persönlich bin gar nicht da wegen irgendwelchen Leuten. Ich bin eigentlich nur da, um das alles mal zu genießen, mal zu gucken. Es ist unser erstes Mal, dass wir hier sind. Und Namen wie Chuck Norris oder irgendwelche Schauspieler. Also ich bin kein Autogrammjäger, von daher ist mir das ziemlich bums. Darf man das sagen? Pieps aus. Von daher, ja, wir gucken mal. Wir gucken mal, was so kommt halt und lassen uns überraschen. Bis jetzt sind wir schon sehr positiv überrascht. Ich bin jetzt auch nicht wegen Stars hier, aber vorher standen wir oben und anscheinend ist Marina Sirtis an uns vorbeigelaufen und wir haben es gar nicht gemerkt. Also das ist dann schon krass, sowas halt. Du hast es nicht gemerkt. Ja, ich habe es nicht gemerkt, verdammt. Accounts.Troy aus Star Trek, die habe ich in Frankfurt gesehen und das ist einfach eine coole Sau. Die ist einfach echt eine coole Sau, ihr guckt euch das unbedingt an. Jo, dann wünsche ich euch auf jeden Fall noch ganz, ganz viel Spaß, jede Menge Erfolg und ich verlinke natürlich alle Videos, das kann man ja gar nicht mehr sehen. Danke dir, ich wünsche dir auch viel Spaß, viel Erfolg und ja, schönen Tag noch. Bis dann, tschö. Tschö, 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 tschö. Bereits vor einiger Zeit und eigentlich auch eher im Zusammenhang mit dem Comic-Salon hatte mich jemand angeschrieben, der noch gerne interviewt werden wollen würde und wir haben jetzt schon ganz oft die Gelegenheit verpasst, sind immer aneinander vorbeigerannt und hatten ganz viele verschiedene Termine. Hinzu kommt als extra, dass das Interview auf Englisch stattfinden wird und ihr kennt mein Englisch, es wird ein lustiges Abenteuer. Hi, my name is Andy, who are you? I'm Foggy from Foggy Comics, also known as Guy Vogel, sometimes. We are here at Comic-Con Germany right now here in Stuttgart. Is it your first time here in Stuttgart? Yes, yes, I'm very excited, this looks super awesome. And what is it you're presenting us here today? I have two major titles of my own that I drew and wrote. One is called Sherman's Pit. Sherman's Pit is derived a little bit of my army service. It tells the story of a desk job soldier, a non-combatant, who gets assigned to a top secret bunker with all the secret plans. But the people who sent him there, his chiefs, they don't know he's... Well, he's losing it. He starts having hallucinations and he lost parts of his memory. And there's actually a bigger mystery behind his hallucinations, so it all connects. So... Is it kind of autobiographic? You said it's influenced by your time at the army? Some of it is, but I'm not willing to disclose which part. Great. Maybe I can have a look. Do we have it here? Oh, yeah, sure. Sure. This is the first issue. Your... 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 Your art's name is Foggy, isn't it? Yeah. Yeah, okay. And... Where do you publish your stuff? Is it... Is it online or just here on print? Yeah, I have my... I sell... I sell Sherman's Pit through Renate Comics and Modern Graphics shops in Berlin and through my own online shop in guyfogel.com slash shop. It actually... There's more sequels planned. There's... They're actually published in Hebrew. Two more... Two more issues. And I'm waiting to see how this one goes before I print anymore. And is it... Will it be ongoing? Is it... Or is it a single issue? Is it... What is it? I'm playing eight issues for the first arc. Okay, great. Yeah. And can we expect some kind of trade paperback? Could be. Could be. I think I want to make the fourth one before I print a trade paperback. But... Well, we can also talk about my second comics, my Sonica. Okay, let's do it. I can't see the second one. Maybe I can have a look too? Yeah, sure. What is Sonica about? So, after a few years in Israeli conventions where I marketed Sherman, and it went great, especially with soldiers and ex-soldiers, I wouldn't say created by the audience because... But I saw that the audience in conventions has changed. It's a lot more girls, a lot more gay girls than there were when I was a kid. So, but nobody... No one really makes any content in comics that is especially for them. Especially in Israel, which is a very, very small market, only indie stuff. So, I kind of created this character, this girl, who each time she hears music of a different genre, she gets a different superpower. And along with her dog, her dog also got superpowers. This is what you get when you take your dog everywhere. Eventually, you're going to take it into a lab explosion and you both get powers. This is how it goes. So, tell us about the comic scene, some parts of the comic scene in your motherland. Yeah. And maybe you can explain it to us. Maybe you can compare it to the German scene. I know you got your first steps into the German, especially the indie scene. Maybe you can try to explain differences and things they have in common. Well, the main difference is that publishers don't really... We don't really have comic-specific publishers. First of all, we don't have Splitter and we don't have... We don't have Egmont and we don't have any of these. We have several publishers who occasionally publish comics, but they don't really know how to deal with it. There's only one magazine that's really successful and that's banged by my childhood hero, I think. And most of the comic book guys are all indie. And deals with publishers actually ensure that you make more money as an indie rather than as a published artist. So, we're not encouraged to go to a publisher at all. Is there a growing audience or is there nobody reading comics? Yes. Yes, there is a growing audience and it's growing each year. Each year, the cons are getting bigger. There are more visitors, more content, more stands. It's getting exceedingly harder to even get a stand at the major con. It's called Icon. It's in autumn. And yeah, there is high demand for content like this in the Israeli market, especially because it's hard to find professionals who do it professionally. Okay. And maybe some things to you about your life. Where did you learn to draw? Oh, I've been practicing all my life really, copying and here and there, but I only got really, really professional when I studied in Bethel-El in my art college. It's the best school in Israel for graphic design, art and the like. There's no really a school for comics. There's no like the joke Hubert Institute of New Jersey. There's nothing like that. Okay. So thank you very much for your time. I wish you the best. I wish you a lot of sales and I wish you a lot of fun. Bye. Thank you very, very much. Hi. I'm here with you at your stand, because you're both here with the stand. And I heard you're doing something like a comic project. Have you really understood? Yes, right. What is that? Worum it goes? And why do you do it? It's a lot of fun. We already know you from the university. And we wanted to do something together. But we're very different in our styles. And so I thought, okay, we'll get that somehow somehow under the hood. And that was our solution. Vielleicht könnt ihr uns mal erzählen, worum es überhaupt geht. Was ist das für ein Comic? Und was bedeutet, ihr teilt euch ein Comic? Also, letztendlich bedeutet das, dass wir haben zwei Protagonisten. Schwieriges Wort. Und das ist Jimmy und James. Und in meinem Teil vom Comic, das ist das erste Chapter, geht es hauptsächlich um Jimmy. Und der erlebt dann eher so surrealistische Dinge. Und man versteht vielleicht am Anfang nicht gleich, um was es überhaupt geht. Aber mit der Zeit erfährt man dann eben auch die Dinge, die dann am Anfang vielleicht nicht ganz so viel Sinn gemacht haben, dass die alle dann doch ihren Sinn hatten. Und im zweiten Part geht es dann eher um die Hauptstory. Genau, ich zeichne immer die James-Story ein bisschen mehr. Also, er ist so mein Hauptcharakter, Jimmy ist ihrer. Und in meinem Teil, weil ich eher ein bisschen realistischer bin, versuche ich das Ganze dann ein bisschen rund zu kriegen. Also, sie wirft hier mit ihren surrealistischen Dingen um sich. Und ich darf da mal gucken, was ich so machen kann. Weil das Schöne ist ja, wir sprechen uns auch nicht ab. Also, jeder macht, was sie will. Und dann muss die andere darauf reagieren. Das steht jetzt vorne drauf, Chapter 1 und Chapter 2. Genau. Das klingt nach einer chronologischen Reihenfolge. Genau. Wenn dann jeder macht, was er will, wie kann das denn da noch funktionieren? Naja, ich muss halt lesen, was sie gemacht hat und sie muss lesen, was ich gemacht habe. Und dann können wir den nächsten Comic machen. Das heißt, Nummer 3 kommt dann von ihr? Genau. Ja. Und von wem kommt die Idee? Also, habt ihr was im Gemeinschaftswerk? Wie sah es aus? Das war auf jeden Fall zusammen. Also, ich war bei ihr zu Besuch und wir haben gesagt, hey, wir wollen irgendwas zusammen machen. Oh, sorry. Und dann haben wir uns überlegt, ja, wie kriegen wir das halt auch alles unter einen Hut? Wie macht das halt Sinn mit meinem doch eher surrealistischeren Stil? Und ja, und dann kamen wir halt auf die Idee. Erst haben wir uns überlegt, ob jede Seite anders ist. Aber wir wollten halt einfach auch was machen, damit wir halt, also durch die Chapter-Trennung hat sich das dann eigentlich ganz gut angeboten. Und so kann halt auch jedes Comic doch auch noch für sich alleine stehen. Ihr habt es jetzt hier als Print hier, also man kann es quasi zwei Hefte von euch kaufen. War das von Anfang an so geplant? Gibt es es auch online? Wie sieht das aus? Es war so geplant. Wir werden es wahrscheinlich auch online einstellen. Wir haben uns noch nicht ganz so drauf geeinigt, weil es noch sehr neu ist. Aber wir werden es auch als Online-Comic zur Verfügung stellen. Und auf den Messen dann noch zusätzlich als Print-Alternative. Ja, auf der Comic-Conch-Germany? Ja. Da ist ja nun durchaus ein ganz anderes, auch ein bisschen comic-affineres Publikum, als wir das bei anderen Cons haben in Deutschland. Wie ist so die Resonanz vom Publikum? Reißen solche Dinge aus den Händen? Glaubt ihr, weil das ja nur eine Hefte sind, die sich gerne mal schnell einstecken lassen im Sinne von kaufen, mal eben kurz mitnehmen. Wie ist so die Resonanz vom Publikum? Bei mir bisher ist es noch nicht so groß. Aber was wahrscheinlich auch daran liegt, dass ich es jetzt auch nicht so sehr gepusht habe bisher. Ich weiß nicht. Wie ist es bei dir so gewesen? Also bei mir war es jetzt schon ein bisschen besser. Also ein paar habe ich verkauft. Aber dass sie es jetzt aus den Händen reißen, ist jetzt auch noch nicht so. Aber es ist auch noch eine kleine Auflage. Von dem her ist es auch noch ganz okay. Vielleicht auch ein bisschen zu viel verlangt für den allerersten Band. Cool. Das klingt schon mal sehr interessant. Also wie gesagt, offensichtlich scheinen da auch Chapter 3 und 4 in der Mache zu sein. Das freut mich. Wir hatten kurz im Vorgespräch noch gesprochen über ein anderes Projekt, das du noch betreust. Im Zusammenhang mit NFC-Stickern. Vielleicht kannst du uns da noch ein paar Details nennen. Ja klar, kann ich auch gerne machen. Also es ist die Idee, Street Art und Digital Art zu verbinden miteinander. Und NFC ist ja noch eine sehr, naja, eigentlich gar nicht neu, aber noch sehr unbekannte Technologie. Und da ich auch selber ein bisschen nerdy bin, habe ich mir das halt zum Vorbild genommen, das halt auch ein bisschen an die Menschheit ranzutragen. Es sind verschiedene Sticker, die alle in NFC-Tag hinten dran haben. Und wenn man dann das NFC-Setting in seinem Handy aktiviert hat, kann man drangehen, die Sticker abscannen und bekommt dann für jeden Alien, den man gefunden hat, eine andere Geschichte präsentiert. Und es gibt mittlerweile auch schon zehn Geschichten, die man finden kann und zehn Aliens. Cool. Was hast du noch bei dir am Stand? Viel. Es gibt eine Panda-Ecke, es gibt eine Print-Ecke und ich habe ein Partyspiel entwickelt, das so ein bisschen Offline-Gamification funktioniert. Also es sind so Sticker. Und im Prinzip ist es so, dass der Gastgeber sich Aufgaben überlegt, die dann zu den Stickern passen. Und sobald seine Gäste diese Aufgabe erfüllen, kriegen sie ein Sticker-Achievement und können dann so gegeneinander so ein bisschen kämpfen am Abend, so die Party ein bisschen voranbringen und so ein bisschen interagieren, kommunizieren, mit Leuten reden, aus sich rauskommen. Also ganz was anderes, nicht digital und voll old school. Klingt aber auch sehr spannend, meine Damen. Ich wünsche euch noch ganz, ganz viel Erfolg und vor allem viel Spaß hier auf der Con. Vielen Dank. Dankeschön. Vielen Dank. Weiter geht der Interview-Marathon hier bei der German Comic Con in Stuttgart. Und ich habe hier jemanden bei mir, der hat sogar, ich glaube es sind sechs Hefte inzwischen am Start und es scheint ein Best-of nach dem anderen zu sein. Hallo, ich bin der Andi, wer bist du? Ich bin Michael, auch bekannt als der Michel im Internet. Der Michel, wir haben uns gerade ein bisschen über deine Arbeit unterhalten und ich glaube, du was machst zu diesen Comics, ne? Ja, man kann das so sagen in der Richtung. Also ich mache einen Webcomic seit 2011, ist zu 80% autobiografisch, zu 20% purer Quatsch und seit 2011 versuche ich einmal die Woche mindestens was Neues rauszubringen und die Hefte, die es hier gibt, die gibt es, ist es quasi das Beste aus einem Jahr jeweils. Ich habe jetzt ein bisschen geblättert, das macht einen ganz, so ein bisschen einen kartonigen Eindruck. Das scheinen immer so auf vier Panels angelegte Zeichnungen zu sein. Ist das so der Stil, den du nur für gewöhnlich hast? Ja, also ich versuche schon immer diese Vier-Panel-Struktur auch beizubehalten. Allein, weil ich immer auch im Hintergrund habe, dass ich es vielleicht auch mal drucken möchte. Also wenn es dann meistens vier oder auch mal acht, dass man eine Doppelzeitung macht. Aber das ist doch schon die grobe Struktur, die ich immer versuche beizuhalten. Du hast jetzt im Vorgespräch gemeint, es sind viele so Alltagsthemen, die du auch behandelst. Was inspiriert dich eigentlich? Was ist so das, was dich beschäftigt und was du da in deinen Comics dann auch zeigen willst? Ja, es ist halt im weitesten Sinne Situationskomik. Also mit der Zeit hat sich dann so ein Blick entwickelt, dass man durch die Welt läuft und jedes Mal, wenn was Denkwürdiges passiert, dass man denkt, hey, wie kann ich das jetzt in vier Bilder packen? Und ja, es ist halt Situationskomik. Und wenn mal keine Situation zeichenswert ist, dann wird halt ein bisschen aufgefüllt. Dann kommt ein bisschen Gaming-Kram dazu, ein bisschen Film-Kram dazu. Ja, und das gibt dann eine ganz bunte Mischung. Und sieht auch mega cool aus. Vielleicht nochmal kurz zu dir. Ich habe jetzt, glaube ich, gerade in Ausgabe 6 geblättert. Und du hast es immer so irgendwie Best auf eines Jahres, habe ich schon gehört. Wie lange machst du das eigentlich schon? Und wie bist du da so reingerutscht in diese Comic-Welt? Reingerutscht bin ich durch einen sehr, sehr langweiligen Job, den ich hatte in 2010, wo ich sehr, sehr viel Zeit hatte und mich dann einfach durch alle Webcomics durchgeblättert habe und dann irgendwann gedacht habe, hey, irgendwie ist das auch was, was ich mir vorstellen könnte. Und da sind dann halt die ersten paar Strips entstanden und schwupp waren sie im Internet und dann ging es halt los. 2011 war, glaube ich, das war, ging es dann richtig los. Ja, hier die Con selbst. Wie gefällt sie dir? Wie ist das Publikum drauf? Und reißen sie dir deine Hefte aus der Hand? Die Hefte könnten sie ruhig ein bisschen mehr aus der Hand reißen, aber die Con an sich ist super. Also im Vergleich zu Messen, wo ich vorher war, möchte es keine Namen nennen, ist die sehr entspannt. Es ist alles so, wie man es gerne haben möchte. Wir haben Platz, wir haben nette Leute hier. Es ist alles toll. Comic-Con ist toll. Sehr gut, das ist ein schönes Fazit. Wir verlinken alles, wir finden dich garantiert online und ich wünsche dir noch ganz viel Spaß und vor allem viel Erfolg. Ciao. Dankeschön, ciao. Ich sitze hier jetzt neben einem Mann, der hat so richtig Druck auf den Ohren. Hallo, ich bin der Andi. Wer bist denn du? Ja, hallo, ich bin der Leander. Was ist denn los? Passt du mal zum Arzt? Nee, es ist nur ziemlich laut hier. Also jetzt geht es gerade, aber vorhin, wenn die Trailer spielen, dann reißt es eigentlich hier das Trommelfell raus. Also wir sitzen hier quasi neben der Bühne, deswegen. Ja, es ist irgendwie schon sehr laut, ne? Also gerade, wenn da so ein bisschen Programm ist, vorhin die Jungs von Blem Blem, die haben, glaube ich, auch gut Action gemacht. Du sitzt hier allerdings, wie viele andere, nicht ohne Grund, denn du hast einiges mitgebracht, das man bei dir erwerben kann. Wie es aussieht, zeichnest du auch. Ja, was machst du hier eigentlich? Also ich bin Grafiker vom Beruf, ich bin diplomierter Kommunikationsdesigner und illustriere halt sehr viel. Und ich habe dann irgendwann einen Job gehabt, wo ich kaum noch zeichnen konnte und habe mich dann furchtbar gelangweilt und habe mein Zeichnen vermisst, weil ich keine Zeit mehr dazu hatte und habe mich dann entschlossen, einen Comic-Blog zu machen. Und seit 2011 zeichne ich jetzt fast wöchentlich immer eine kleine Geschichte. Und vor sechs Jahren habe ich dann angefangen, auf Messen zu gehen, um meine Sachen anzubieten und zu verkaufen. Und inzwischen hat sich halt schon ganz schön was zusammengeleppert. Wir haben auch, ich habe schon mal einen Blick geworfen in die einzelnen Arbeiten, die du heute mit hast, da werde ich, glaube ich, auch gleich nochmal zuschlagen. Vielleicht kannst du so ein bisschen was erzählen. Das eine scheint mir so ein bisschen aus dem Leben gegriffen zu sein. Was ist das denn? Also das eine ist Zeitzeugen eines Haushalts. Das ist ein Sammelband von meinem Comic-Blog. Entschuldigung. Es wurde schon öfter danach gefragt und ich wollte aber nicht jährlich was machen. Ich habe mich dann entschieden, jetzt so nach sieben Jahren, das verflixte siebte Jahr, ich mache jetzt mal aus über 460 Comics, sammle ich die besten 60 zusammen und mache ein Sammelband. Das ist Zeitzeugen eines Haushalts. Und dann habe ich noch zwei Bände Schluderi. Schluderi ist ein Monster, das entstanden ist während meines Zeichens am Comic-Blog, weil ich mir halt nicht erklären konnte, wie die Unordnung in meiner Wohnung entsteht, weil an mir kann es nicht liegen. Also entstand Schluderi, das Unordentlichkeitsmonster. Und Schluderi kann nicht gesehen werden, außer von Katzen. Und jeder Mensch hat einen Schluderi. Das ist ein Teil von uns, nur mal größer, mal kleiner. Und im ersten Band lernt man ihn kennen, was er so macht, wo er herkommt, warum er das macht, wie man mit ihm klarkommt. Und der zweite Band ist für Leute, die schon akzeptiert haben, dass man im Chaos lebt. Das sind einfach nur Wimmelbilder, da kann man sich dran satt suchen, kann Schluderis suchen und überall ist Chaos und Unordnung, das ist so die Idee. Und dann habe ich halt noch anders dabei, diese Anthologie, die sehr viel Spaß gemacht hat, mit anderen Zeichnern zusammengearbeitet. Das sind einfach Geschichten, die wir sonst nie machen. Das sind Kurzgeschichten, Horrorgeschichten, weil keiner von uns uns Horror zeichnet. Und dann habe ich halt noch meine Kunstdrucke dabei, weil ich sehr viel Feintuschezeichnungen mache und Fein-Einertal-Zeichnungen. Und ganz rechts hinten, ich weiß nicht, ob du das schon gesehen hast, habe ich mein selbstentwickeltes Rollenspiel komplett selbst geschrieben, selbst illustriert, selbst vermarktet. Und da habe ich nur noch ein Exemplar, das versuche ich hier loszuwerden, dann bin ich grenzenlos ausverkauft und dann bin ich glücklich. Also es gibt ja keine Auflage Nummer zwei, die noch im Raum schwebt. Ich möchte eine machen, aber es ist zeitlich und krafttechnisch einfach viel. Also ich schaffe gerade so meine anderen Sachen noch nebenher zu machen und es ist einfach, ich habe es vor, eine neu zu drucken, aber wenn ich es neu drucke, möchte ich ein bisschen was überarbeiten, noch ein bisschen besser machen. Die Kritiken, die ich bekommen habe, möchte ich umsetzen und verbessern, weil ich habe sehr konstruktive, gute Kritik bekommen, als ich es dann veröffentlicht habe. Und die würde ich gerne umsetzen, bevor ich eine zweite Auflage drucke. Und das kann leider noch ein bisschen dauern. Vielleicht mal kurz zu dir. Seit wann zeichnest du eigentlich schon und vor allem warum? Also wenn man es genau nimmt, zeichne ich, seitdem ich einen Stift halten kann. Das fing bei mir sehr früh an und ich habe das dann so intensiv gemacht, dass das dann, es hat sich sogar auf meine Schulbahn ausgewirkt. Also ich habe dann die Schule gewechselt, damit ich zum Beispiel halt Kunst halt intensiver machen konnte. Ich habe es dann studiert und ich kann mir das anders kaum noch vorstellen. Also ich liebe es einfach, meine Ideen oder Kreaturen oder Charaktere und Welten möchte ich zeichnen. Das ist so der Weg, mit dem ich mich am besten kommunizieren kann. Und ich kam, ich hatte vielleicht mal einen Moment, wo ich überlegt habe, ah, vielleicht willst du mal was anderes machen. Aber wenn ich nicht zeichne, ich merke es jetzt schon, ich habe jetzt zwei Wochen Pause. Ich werde ganz himmelig, ich muss zeichnen, ja. Anders geht es nicht. Aber es ist schon eine hobbymäßig gelebte Passion oder ist das, wovon du leben kannst? Also ich arbeite auch beruflich in dem Bereich. Also ich bin als Illustrator in einer Firma angestellt und arbeite aber halt im Werbebereich für große Unternehmen. Aber als Illustrator. Also ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht. Super cool. Vielleicht noch kurz ein paar Worte zur Con. Wie ist so dein Eindruck? Wie gefällt es dir? Und warst du schon mal da? Kommst du wieder? Also ich war noch nie auf der Comic Con Germany. Da war ich noch nie. Ich kenne den Veranstalter. Ich war auf so einen anderen Con drauf. Also ich war auf der Fat Con und auf der Hobbit Con. Für die Hobbit Con habe ich vor ein paar Jahren auch das Artwork gemacht. Dadurch kam ich an der Karte ran. Davor war ich halt meistens auf der Spiel in Essen. Aber die ist halt, also die Zeichenallee ist quasi abgestorben. Die Comic Action dort war quasi nicht mehr vorhanden. Letztes Jahr war Panini nicht mal mehr da. Da war nichts. Es hat dann einfach keinen Spaß mehr gemacht. Das war, und die Orga war, sagen wir es mal so, also als Illustrator habe ich mich nicht sehr willkommen gefühlt. Und jetzt hier ist es quasi das genaue Gegenteil. Also wir haben ständig Kontakt gehabt zur Organisation. Die hat uns immer informiert, hat uns Tipps gegeben. Denkt an das, macht das, denkt an das. Und sich über die Wände informiert und so weiter. Also das war wirklich toll. Also wir haben, ich habe noch nie so viel Fürsorge und Information von einer Orga erlebt für eine Convention. Das muss ich sagen, ist echt toll. Also als Zeichner fühle ich mich hier sehr wohl. Wie ist das Publikum hier? Ist das Comic interessiert? Oder nehmen die Comics einfach so mit, weil die eh da sind? Also kann ich, glaube ich, so gar nicht sagen, weil ich, glaube ich, auch mit meinen Comics nicht so in die typischen... Also ich habe ja keine Actionhelden-Comics. Also ich habe Slice of Life und ein etwas skurriles Monster, das in Ordnung schafft. Ich glaube, diejenigen, die hier wirklich wegen Comics da sind, suchen auch primär diese typischen Comics. Aber wer hier so durchläuft durch die Zeichnerlehen, der ist eigentlich sehr interessiert an sehr unterschiedlichen Stilen. Das finde ich immer sehr schön. Also bei jedem Stand finden sie was, was sie schön finden, auch wenn es völlig unterschiedliche Sachen sind. Das finde ich sehr gut. Also bis jetzt ist der Verkauf okay. Könnte mehr sein. Also ich habe normalerweise ein bisschen mehr Umsatz. Und ich sehe gerade, mein Essen kommt. Dann will ich mich auch gar nicht weiter auffalten. Ich danke dir vielmals für deine Zeit und wünsche einen guten Appetit. Ja, vielen, vielen Dank und noch frohes Schaffen. Ciao. Ich laufe so in den Gängen entlang und habe jemanden gefunden, der ist A aus Zucker und B wird da von dem einen oder anderen ignoriert. Hallo, ich bin der Andi. Wer bist du? Hallo, ich bin der Jens. Hi Jens. Ich habe gehört, du machst was mit Superhelden. Warum weiß davon keiner? Davon wissen schon einige. Das verkauft sich ganz gut, aber irgendwie die Konkurrenz ignoriert mich hart. Aber ist okay. Ja, wir stehen hier schon vor allem in den ganzen drei Heften, die ich jetzt vier, vier sogar schon. Was ist das denn? Worum geht es? Also der Versuch, ein deutsches Superhelden-Duo zu etablieren und halt nicht so wie Trachtman oder keine Ahnung, was gibt es noch? Engel. Nee, der Engel würde ich jetzt wieder rausnehmen. Also das ist eben kein Klamauk, sondern das ist ein ernst gemeinter Comic sozusagen. Ich habe eine ewig lange Story und da auch sehr viel Acht drauf gegeben, auf das Character Development, was man eigentlich fast nie hat in Deutschland. Also das ist eher meistens so Vorgeschichte in Textform und dann geht es los. So jetzt ist die Action da und ich baue halt alles ganz gemütlich aus sozusagen. Ja, vielleicht mal so ein paar Worte zu dir. Wie kam es dazu? Du bist ja offensichtlich jemand, der Comics produziert. Wie bist du da eigentlich reingerutscht? Da könnte man sozusagen Panini dafür verantwortlich machen, beziehungsweise früher halt Dino-Comics. Also gerade in den 90ern, das war halt meine Phase, bevor ich das Rauchen angefangen hatte, habe ich noch Kohle gehabt für Comics sozusagen. Ich habe alles gesammelt, so Batman, Superman, Spawn, Spider-Man, alles andere und so. Und ab da wollte ich eigentlich Comiczeichner werden, so mit 16 oder vielleicht sogar noch früher, so mit so 14, 15. Und es dann aber halt wieder verworfen, weil es so viele geile Comics einfach gibt und ich gedacht habe, da komme ich niemals ran und so. Da hat es mich aber über Jahre verfolgt wirklich und dann habe ich jetzt mit 30 irgendwie gesagt, okay, scheiß drauf, jetzt probiere ich es einfach mal. Und keine Ahnung, das ist wirklich abartig viel Arbeit, aber es macht halt echt Spaß. Also wolltest du deine Superhelden quasi selbst schaffen. Hast du das irgendwie, machst du das so hobbymäßig nebenbei? Hast du das irgendwo gelernt? Ja, wie sieht das aus? Nee, also völlig autodidaktisch, also nichts gelernt sozusagen. Ich bin eigentlich freischaffender Grafiker und Illustrator halt sozusagen und es ist im Moment schon noch Hobby, aber es verkauft sich eigentlich mittlerweile schon ganz gut. Also die Druckkosten sind drin. Ich habe jetzt auch neuerdings noch Anzeigenwerbung, also so langsam wird es ein kleines Zubrot, aber halt natürlich schon eher idealistisch. Das heißt, du hast deinen Schwerpunkt vor allem auf dieser Serie, die du da anscheinend produzierst, aber das ist ja gar keine richtige Serie. Es gibt ja mehrere Namen, die mir aufsachen. Ich dachte, da steht Libelle, da steht Drachenfaust. Von was reden wir hier eigentlich? Und als Superhelden habe ich jetzt schon ein paar gelesen, vielleicht kannst du so ein bisschen ins Detail gehen. Genau, also ich habe für Drachenfaust und die Libelle, also die eigentliche Serie heißt Libelle und Drachenfaust und ich habe halt für beide Charaktere jeweils ein Heft Origin-Story gemacht, also Entstehungsgeschichte, damit man das halt nicht immer und immer und immer wieder erzählen muss, wie bei Batman oder bei Spider-Man. Irgendwann kann man es nicht mehr sehen und hat es eine Million Mal gelesen, dass die Eltern erschossen wurden oder wie auch immer. Und dann dachte ich, mach es einmal richtig und dann passt es. Und die eigentliche Serie geht eigentlich in Libelle und Drachenfaust los. Und die erste Story wird 13 Hefte umfassen, was ein bisschen größenwahnsinnig ist. Ja, klingt nach einem ambitionierten, großangelegten Projekt, auch einem Extended Universe, weil wir Origins haben und Solo-Spin-Offs und so, das ist dann schon auch eine größere Sache. Auf 13 Heften ist es angelegt, wie regelmäßig veröffentlicht du und vor allem wo? Ich hatte eigentlich vor, alle zwei Monate eins rauszuhauen. Das hat auch genau einmal geklappt mit die Libelle 1, aber ansonsten brauche ich immer genau drei Monate, also es geht nicht schneller. Ich habe halt nebenher noch Aufträge, die ich machen muss im Privatleben und so. Genau. Und ich habe aber, apropos Extended Universe, schon hier im zweiten Libelle und Drachenfaust einen Crossover mit U-Comics, mit dem unheimlichen Kakerlack, das ist ganz nett. Und also ich gucke mal, wenn ich noch so featuren darf, was halt auch zeitlich Sinn macht und so. Also gerade der Engel, mit dem bin ich einigermaßen dick hier, aber der spielt halt zehn Jahre in der Zukunft sozusagen. Da bin ich am Hirn, wie ich den irgendwie, also wie ich meine, zu dem kriege oder andersrum. Ja, aber so ein bisschen gucken, was man halt zusammenführen kann. Ja, genau. Ja, ich glaube, Tompa ist auf jeden Fall der gute Ansprechpartner für sowas. Was mich nochmal interessieren würde, weil ich jetzt gefühlt in letzter Zeit relativ häufig auch deutschsprachige Superhelden von deutschsprachigen Künstlern sehe. Wir hatten zuletzt auch unter anderem die Kollegen aus Österreich, die da ihre Produktionen machen. Da gibt es auch den deutschen Ableger jetzt. Alle haben unterschiedlichen guten Erfolg. Ich würde sagen, einer, der jetzt aktuell sehr heraussticht, weil er wohl einfach mal, ist der Trachtman, der einfach jetzt ganz viel Aufmerksamkeit bekommt. Jetzt ganz aktuell auch die Sarah Burini, die mit Nerdgirl da auch eine Veröffentlichung hat. Was ist so dein Eindruck? Wird es davon jetzt demnächst immer mehr geben? Arbeiten die eigentlich alle miteinander, gegeneinander? Sind das eher die Justice League oder hassen die sich? So ein richtiges Miteinander sehe ich da eigentlich nirgends. Jetzt gab es halt eben wegen der Liga Deutscher Helden praktisch dieses Poster mit den anderen Helden. Allerdings wieder ohne meine. Und tatsächlich Trachtman halte ich eigentlich erwartet, weil Plemplem habe ich bis jetzt noch nichts gelesen, was mich irgendwie begeistert hat. Und Trachtman, muss ich aber sagen, war nicht schlecht. Also tatsächlich hat es überraschenderweise ziemlich gut funktioniert. Liga Deutscher Helden, finde ich, geht so. Aber das Original, das Äsch, finde ich ziemlich geil wiederum. Und halt mit Liga Deutscher Helden, die hätten halt nicht das mit den Dialekten machen sollen. Das mit diesem, das einer Kölsch spricht, der andere Bayerisch, dann wird Berliner und so weiter. Und das haut es halt irgendwie, das macht den Lesefluss so ein bisschen kaputt. Aber ich hatte das Gefühl, so alle haben irgendwie ein bisschen zeitgleich angefangen. Auch jetzt mit Sarah Burini, weiß ich nicht, aber Nerdgirl ist jetzt auch nicht so mega superheldenlastig. Das ist ja ihr Gag eigentlich wieder. Aber ich denke, also man sollte eigentlich zusammenarbeiten. Ansonsten nimmt man sich ja nur selber ein bisschen so die Wutte vom Brot und so. Und ich glaube, da könnte man schon was Geiles machen. Da bin ich mir sehr gespannt. Ich nehme jetzt auch deine Hefte alle mit und bitt mir da mal eine ganz komplette Meinung. Vielen Dank für deine Zeit und vor allem noch viel Erfolg. Ciao. Ich lief da gerade eben so an anderen Tischen vorbei und da sind mir zwei Comics ins Auge gefallen, die mich so ein bisschen an Black-Metal-Cover erinnern. Hallo, ich bin der Andi. Wer seid ihr? Mein Name ist Holger Wetschek. Und ich bin Sylvia Marquardt. Wir sind BK-Produktionen. Ihr zeichnet und arbeitet zusammen oder ist es irgendwie Auftragsteilung oder wie sieht das aus? Wer macht hier eigentlich was an diesen beiden Comics, die vor uns liegen? Wir, also ich, zeichnen und wir denken uns gemeinsam die Geschichten aus Texten. Sylvia Letzerts. Vielleicht könnt ihr uns mal erzählen, wie heißen deine Comics eigentlich und worum geht's? Also bis jetzt sind zwei Bände erschienen und zwar heißt unser Comic Der Totleger und Der Totleger ist eine Hühnerrasse, die tatsächlich existiert, nämlich der Westfälische Totleger. Und der Name hat uns also zu unserer Geschichte inspiriert, weil wir gedacht hatten, Totleger, das ist eigentlich ein guter Name für einen Monster. Und ja, was gibt's für Monster oder Ungeheuer, die mit Hühnern in Verbindung stehen? Und da ist uns dann der Basilisk eingefallen, der sozusagen, also die Legende geht ja so, wenn ein Hahn zu alt wird, legt er ein Ei und aus diesem Ei schlüpft der Basilisk, ein Ungeheuer, das seine Opfer durch seinen Blick in Stein verwandelt. Deswegen soll man seine Hähne früh schlachten, heißt es. Und wir haben uns nun gedacht, das reicht nicht, dass einfach, dass aus einem Hahnenei ein Basilisk schlüpft, sondern damit aus diesem Wesen, das aus dem Hahnenei schlüpft, ein Ungeheuer wird, gehört noch ein Trauma. Und bei uns ist es halt so, da existiert also ein ganz normaler westfälischer Totleger, der friedlichste Hahn der Welt, aber dann wird sein Hühnchen geschlachtet und landet im Bratentopf. Und das ist also das Trauma, wodurch er sich zum Ungeheuer verwandelt. Und dann gehen die Abenteuer erst richtig los. Ist dieser Basilisk also quasi der Protagonist eurer Serie? Oder wie sieht das aus? Das ist einer der beiden Protagonisten. Es kommt noch dazu der Hamster. Also als der Basilisk seinen Rachefeldzug antritt, trifft er zufällig den Hamster, an dem er seinen neu erworbenen Todesblick ausprobieren will. Das Ganze geht nicht so richtig gut für den Basilisken. Aber der Hamster nimmt sich vor, sich ein bisschen um den zu kümmern, um ihn vielleicht vom falschen Weg wieder abzubringen. Das wird zwar nichts, aber nachdem so ziemlich in dem Wirtshaus, wo das alles geschieht, alle tot sind, also das schicke ich mal voraus, weil es geht dann noch viel weiter, geht das Ganze in der Hühnerhülle weiter, wo die beiden sich dann zusammenraufen und ein ungleiches Protagonistenpaar bilden. Zwei Besonderheiten sind mir jetzt bei der oberflächlichen Erstdurchblätterung aufgefallen. Nämlich zum einen dieses Vers, was man mit dem ihr schreibt. Also ihr habt ja quasi einen dichterischen Anspruch oder zumindest so eine ganz besondere Form des Schreibens gefunden. Was ist das und warum macht ihr das? Ja, ursprünglich haben wir uns natürlich überlegt, in welcher Form wir diese Geschichte genau darbieten wollen. Und uns schwebt da immer was Musikalisches vor. Ist jetzt natürlich kein Musical geworden, sondern ein Comic. Aber trotzdem war die Idee da, das Ganze, die Texte in Versen anzulegen. Und als Grundelement haben wir natürlich die Klassiker des 19. Jahrhunderts, Goethe, Schiller, Heine und so weiter. Und haben da drauf unsere eigenen Texte gemacht. Und jeder, der da Spaß dran hat, kann auch versuchen wiederzuerkennen, was wir da verwendet haben. Wir haben ein extra Literaturverzeichnis, wo das alles aufgelistet ist. Das ist auch was für Leute, die auch gern mal Lyrik lesen. Ja, sehr interessant. Das ist natürlich eine Zielgruppe, die ich jetzt so noch gar nicht auf dem Schirm hatte. Aber das ist tatsächlich ja ein ganz interessanter Ansatz, den wir so nicht hatten. Mal vielleicht mal andersrum gefragt, auch mal kritisch nachgefragt. Ist es nicht was, was auch den Lesefluss deutlich erschwert? Oder sagt es nur jemand wie ich, der jetzt vielleicht eher solche Comics noch nicht kennt? Haben Sie schon mal Goethe's Faust gelesen? Natürlich, ja klar. Das erschwert den Lesefluss natürlich nicht. Also im Gegenteil, wenn man das durch hat, spricht man tagelang bloß noch in goethe'schen Versen. Also wir haben gehofft, dass es zwar eine andere Art ist, was dazu bieten, aber gerade diesen Fluss, den wollten wir dadurch in Gang bringen. Und wichtig ist dafür das Lettern. Also kann Silvia vielleicht was dazu sagen? Das muss natürlich vom Schriftbild her leicht lesbar sein. Das ist schon wichtig für diese Art von Text. Ja, was waren die so die Herausforderungen beim Lettern? Auch speziell jetzt die Größe der Sprechblasen und so? Da muss man sicherlich sehr absprechen auch, ne? Ja, das stimmt. Also den Text dann an die Bilder anzupassen, beziehungsweise die Bilder an den Text. Das ist bei jedem Band eine Herausforderung. Und ja, dann natürlich eine Schrift zu finden, die gut leserlich ist. Deswegen ist zum Beispiel bei unserer Schrift gibt es auch Groß- und Kleinbuchstaben ganz normal, weil man das einfach schneller liest als die klassischen Großbuchstaben, in denen viele Comics, die weniger Text haben, als unser Comic gedruckt sind. Ja, wir wollten natürlich die Lyrik, also wie gesagt, es darf nicht gleichzeitig Lyrik und schwer entzifferbare Schrift sein, sondern das muss vom Schriftbild her gut leserlich sein. Dann kann man auch gut folgen, unserer Meinung nach. Ja, sehr interessant, dass jetzt gerade das Lettern natürlich auch ein großer Schwerpunkt bei eurer Arbeit ist, denn das ist meiner Meinung nach ein Aspekt, der in vielen anderen Comics noch nicht so die Aufmerksamkeit bekommt, wie er vielleicht verdient, weil das natürlich wirklich ein wichtiger großer Aspekt ist bei Comics. Vielleicht nochmal kurz zu den Zeichnungen. Wir haben hier Bleistiftzeichnungen. Was ist das? Ist das dein Ziel? Was gibt es noch so? Seit wann machst du das eigentlich schon? Macht ihr das eigentlich schon? Ja, wir machen das jetzt seit sechs Jahren. Ja, da haben wir das erste Heft angefangen. Bleistiftzeichnungen, das passt einfach zum Thema. Das ist ein wenig düster. Ich meine, das ist natürlich nicht wirklich ein Horrorcomic, sondern das ist natürlich humoristisch. Aber die düstere Atmosphäre, die das Ganze hat, da dachten wir, da passen Bleistiftzeichnungen eben dazu. So ähnlich wie man bei den Edgar-Wallace-Filmen, die in Schwarz-Weiß gedreht hat, obwohl es längst Farbfilme gang und gäbe war. Ja, und dabei sind wir dann geblieben bis jetzt und planen auch, die weiteren Bände in Bleistift zu machen. Auf wie viele Bände ist die Geschichte insgesamt angelegt? Ich habe jetzt schon die ersten beiden vor mir. Auf sieben Bänden. Insgesamt sieben Bände. Ja. Die aber in sich abgeschlossen sind. Also man kann jeden Band auch für sich lesen. Okay, prima. Dann vielleicht noch ein paar Worte hier zur Kon-Selbst. Wie ist so die Resonanz vom Publikum? Ist es eine Veranstaltung, die sich für Künstler, also Indie-Künstler für euch auch lohnt oder eher nicht so? Wir sind jetzt zum dritten Mal da in Folge und wir kommen halt auch aus Baden-Württemberg. Das ist halt ziemlich praktisch für uns, weil es sonst in Baden-Württemberg nicht so viele Comic-Veranstaltungen gibt für die sogenannten Kleinaussteller oder Zeichner. Und ja, bis jetzt waren wir immer sehr zufrieden mit dem Andrang. Hier kommt zwar sehr gemischtes Publikum rein, aber es kommen halt auch sehr viele Leute. Und ich würde mal sagen, genauso wie da für jeden Besucher, was dabei ist, ist auch für jeden Anbieter, denke ich mal, sind genug Besucher da, damit man sich findet. Und das ist hier eben toll, also in Stuttgart. Ich sehe das ja eigentlich gut gewesen. Ja, prima. Das freut mich, dass die Resonanz, also das Feedback so positiv ist anscheinend. Ich danke euch vielmals für eure Zeit und wünsche euch noch ganz, ganz viel Erfolg. Vielen Dank. Ciao. Dankeschön. Am nächsten Tisch, an dem ich hier jetzt stehe, da liegen auch durchaus ein paar mehr Comics rum. Und es ist tatsächlich so, dass ich das Gefühl habe, die Arbeiten der jungen Frau neben mir schon ein paar Mal über die letzten Jahre hinweg irgendwo irgendwie gesehen zu haben. Hallo, ich bin der Andi. Wer bist du? Ich bin die Katrin, auch bekannt als KF Comics und ich mache Illustrationen und Comics. Mega gut. Erzähl mal, woher könnte denn dieser Eindruck kommen? Seit wann bist du schon dabei? Und woran liegt das denn, dass ich das Gefühl habe, deine Arbeiten schon länger zu sehen? Wo hast du dich schon so veröffentlicht? Also aktuell bevor ich halt viel Facebook, Instagram und meine eigene Webseite und früher habe ich viel auf Toonsnap, da habe ich damals angefangen, weil das die erste Plattform war, wo man eben Comics und Cartoons und Illustrationen veröffentlichen konnte. Da bin ich quasi groß geworden und habe die ganzen jetzigen Größe in der Comicszene quasi live aufwachsen oder miterleben dürfen. Und ja, ansonsten, wie gesagt, halt aktuell Instagram, Facebook und alles, was man so befeuern kann. Und meine Comics kann man eben auch online auf Tepestic, Webtoons und meinem eigenen Tumblr lesen. Ja, erzähl uns doch mal, was ist das eigentlich hier? Was hast du uns mitgebracht? Ist das eine Serie? Sind das einzelne abgeschlossene Geschichten? Was hast du uns hier heute mitgebracht auf die Con? Also, was ich einmal mitgebracht habe, ist meine Serie Palm Beach 2. Die läuft seit 2012. Da hatte ich zum Comics Salon ein Doppelband rausgebracht mit den ersten beiden Episoden. Das war so meine erste Comics Serie, die ich überhaupt veröffentlicht habe. Und 2016 habe ich dann zum Comics Salon den dritten Band endlich fertig bekommen. Den habe ich jetzt auch wieder dabei. Also es ist schon ein bisschen älter. Mein Stil hat sich ein bisschen verändert seitdem. Aber ja, ich mag meine zwei Gangster-Jungs immer noch sehr gerne. Und das andere, was ich mitgebracht habe, ist mein neuer Episoden-Comic, der ursprünglich als Webcomic gestartet hat. Das ist Trashcanon. Da geht es um eine Boygroup. Und die erleben halt in witzigen Einzelepisoden so ihre Abenteuer über den Touralltag und so weiter. Genau. So ganz grob gesagt. Vielleicht steigen wir mal so ein bisschen in die Details ein. Du hast jetzt gesagt, fangen wir mal bei Palm Beach 2 an. Was ist das denn für ein Genre, in dem wir das Ganze dann finden? Also es ist grundsätzlich ist es Comedy. Also grundsätzlich bin ich halt geprägt durch Cartoon-Bücher. Meine Eltern hatten früher immer viele Cartoon-Bücher wie Ottifanten oder irgendwelche lustigen Parodie-Bücher oder was auch immer. Und das war so mein Einstieg in die ganze Szene, weil ich früher als Kind habe ich angefangen, selber Ottifanten-Comics zu malen. Damit habe ich angefangen. Ja, die habe ich auch alle noch daheim. Irgendwo rumfliegen als DIN A4-Einzelseiten mit wunderbarer Rechtschreibung. Und Palm Beach 2 ist dann eben so ein bisschen Comedy, Gangster-Action, so ein bisschen 70s-Setting, wo es um zwei Gangster geht, die in einer erfundenen Stadt in Amerika, an der mexikanischen Grenze irgendwo, Aufträge für ihren Boss erledigen müssen. Das ist so mal ganz grob gesagt. Und irgendwas geht halt immer dabei schief. Entweder sie treffen auf irgendwelche Monster oder auf die Russen-Mafia oder was auch immer. Und die versuchen sich halt dann da ihr Brot zu verdienen damit. Die zweite Serie, diese Boy-Bang. Ja. Gefällt mir sehr gut. Also ich habe jetzt durchgeblättert, ich finde es optisch ganz, 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 also wirklich gefällt mir einfach. Ja genau, wie bist du eigentlich zum Comiczeichnen gekommen? Und ist es noch ein Hobby? Also es ist, also das Comiczeichnen an sich ist noch ein Hobby. Illustration mache ich tatsächlich schon gewerblich. Aber von den Comics kann ich halt noch nicht leben. Zum Comiczeichnen bin ich eigentlich gekommen, weil ich ursprünglich mal den Plan hatte, Animation zu studieren. Also ich bin ein totaler Animationsfan und Freak. Habe auch alles, was animiert war, früher geschaut und ich fand es immer toll. Nur ich habe irgendwann gemerkt, dass ich dafür absolut null Geduld habe. Und deswegen war der Comic so ein bisschen mein Ersatzeinstieg, um trotzdem Geschichten zu erzählen, aber eben, ja, schneller und leichter, als dass ich jetzt irgendwelche Animationsfilme machen würde oder so. Und mittlerweile, ich habe auch, ja, ich muss auch sagen, ich habe relativ spät angefangen, wirklich richtige Comics zu lesen, weil wie gesagt, diese Cartoon-Bücher, die ich früher als Kind immer gelesen habe, das sind ja dann keine richtigen zusammenhängenden Geschichten. Ja, und dadurch, eben durch die Liebe zur Animation, bin ich dann eben zum Comic-Signing gekommen und mir wurde auch schon öfter gesagt, dass meine Sachen eben sehr cineastisch sind. Also ich erzähle dann sehr Storyboard-mäßig, teilweise auch Szenen. Also ich glaube, bei den Episoden-Comics ist es nicht so dramatisch, aber bei meinen längeren Stories merkt man das dann schon, dass ich so mit Kamerawinkeln spiele, Einstellungen verschiebe und das halt versuche, möglichst dynamisch zu erzählen. Du hattest im Vorgespräch eben auch von so einem Preis gewonnen, Comics da irgendwas. Was genau war das denn? Wo hast du da dann teilgenommen? Wie lief das? Ja, das war, also ich weiß nicht mehr genau, wann es war. Ich meine, es war 2009 oder 2008 oder 2007. Es ist schon ein bisschen her und ich habe, ein Gedächtnis wäre ein Sieb. Aber, also ich habe da damals teilgenommen, weil das war der erste Comic-Wettbewerb. Also mal abgesehen von dem Wettbewerb, den es immer zur Leipziger Buchmesse gab. Da gibt es ja auch diesen Manga-Wettbewerb und das war eben der erste Online-Wettbewerb von diesen Comic-Stars und da habe ich dann einfach halt mal angefangen, eine Story zu zeichnen, habe die hochgeladen und da gab es dann eine Jury, die dann Punkte gegeben hat und der, der am Schluss halt die meisten Jury-Punkte hatte, ist dann eine Runde weitergekommen. Ja, ich habe es nicht eine Runde weiter geschafft. Ich habe zwar sogar eine Jury-Wertung bekommen, aber ja, also ich war halt damals einfach noch nicht an dem Punkt, wo ich in Anführungszeichen professionell genug gewesen wäre, um da weiterzukommen. Also da waren Leute dabei, die sehr viel, sehr viel besser waren und mich dann auch so ein bisschen aus dieser eigenen Filterblase rausgeholt haben, weil wenn man im Kunstunterricht immer die Beste ist und dies und jenes, dann denkt man halt natürlich irgendwann, oh ja, cool, ich bin so toll und keine Ahnung, aber wenn du dann mal in die Weiten das Internet entlassen wirst und dann siehst, was für wirklich, wirklich talentierte, tolle Leute es da draußen gibt, da wird man dann schnell auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt und das hat mir persönlich sehr viel gebracht, weil ich dadurch natürlich auch mich selber ganz anders wahrgenommen habe und viel kritischer mit meinen Sachen umgegangen bin. Und das, ja. Dann gibt es die Sachen wohl auch, das ist gemeint, du bist auf Tapas online, wo man das eben, das habe ich auch tatsächlich erst vor wenigen Wochen für mich entdeckt, da finde ich ganz großartig, vielleicht nur so ein bisschen so auch als End-User im Endeffekt gesprochen, wie attraktiv ist es denn für dich auf dieser Plattform im Speziellen zu veröffentlichen, weil man die da glaube ich auch so Micropayment-mäßig was zukommen lassen kann, ich weiß gar nicht, ob du das freigeschaltet hast, wie gut ist das und vor allem, wie ist es im Vergleich zu anderen Plattformen, wie zum Beispiel Animax könnte ich mir vorstellen. Also, also ich finde Tapas sehr gut, also ich mache meine Comics prinzipiell erstmal auf Englisch, weil das Publikum in Deutschland einfach halt, es ist einfach klein und um viel mehr Leute zu erreichen, es ist sinnvoll, seine Sachen auf Englisch zu veröffentlichen und da bieten sich halt so Sammelplattformen wie Tapas oder Webtoons, das ist im Prinzip ähnlich, bieten sich einfach an, A kann man dann, also ich habe in Tapas tatsächlich diese Monetarisierungsfunktion freigeschaltet, das heißt, es werden halt Werbeanzeigen auf meiner Seite geschaltet und je mehr Leute meine Seiten anschauen, da kriege ich halt so ein paar Cent dann pro Klick, was weiß ich. oder die Leute können mir auch was tippen, also so eine kleine Spende geben, es sind dann auch nur so ein paar Cent und das ist, wie gesagt, das reicht nicht zum Leben und das ist nicht viel, aber es ist halt einfach schön so ein bisschen auch die Wertschätzung von den Leuten zu kriegen und die, die dann auch schreiben, ja, sie würden gerne mehr geben, aber sie können nicht, weil kein Geld und so weiter und ja, und man erreicht halt wirklich Leute aus der ganzen Welt und mir hat erst neulich jemand aus Kanada geschrieben, wie toll er meine Comics findet und da sitzt du dann da und liest es und denkst dir, wow, jemand in Kanada liest meine Comics und das ist halt einfach, ja, wie so ein Ritterschlag irgendwie. Also da ist halt die Reichweite, zum Beispiel auf Animex, wo ich nur die deutschen Leute erreiche, ist halt bei Weitem nicht so groß. Deswegen, also ich habe auch den englischsprachigen Raum wirklich lieben gelernt, weil du da sehr viel Rückmeldungen bekommst und die Leute auch einfach, ja, einfach sehr offen dafür sind, was man macht. Und bekommst du mehr Rückmeldungen, weil das einfach deutlich mehr Leser sind oder bekommst du mehr Rückmeldungen, weil das eine andere Fankultur ist? Das wird zu schätzen. Also ich glaube, dass es daran liegt, dass es eine andere Fankultur ist. Also der Comic in Deutschland ist halt bekanntermaßen jetzt, ja, ein Nischenprodukt, sage ich mal. Und jetzt in anderen Ländern, die wirklich so auch Animations- und Comicbegeistert sind, das ist halt ganz anders. Ich meine, wenn man Amerika anschaut, wie viele Comic-Cons und kleine Cons es da gibt und wenn ich sehe, weil ich lese ja auch selber sehr, sehr viele Webcomics auf Tapastic und ja, wenn dann die Leute immer schreiben, sie sind auf der Con und in der Stadt und auf der Con und keine Ahnung, es gibt zig Milliarden kleine Cons und das ist eine ganz, ganz andere Kultur. Deswegen bin ich eigentlich ganz froh, dass es in Deutschland jetzt zum Beispiel hier die Stuttgarter Con gibt, wo du auch halt wirklich alles auf einem Haufen hast. Du hast die westliche Comic-Richtung, du hast die Manga-Leute, du hast die ganzen Cosplayer und die Bastler und was weiß ich, das ist einfach super, also richtiges Erlebnis. Vielleicht können wir am Ende nochmal einen kleinen Blick in die Zukunft werfen. Auf was können wir uns denn demnächst von dir freuen? Was gibt es so Pläne? Ist vielleicht circa ein Abschluss einer Serie angedacht? Wie sieht es aus? Also Pläne habe ich sehr viele. Ich weiß nur nicht, ob ich die Zeit habe, die alle umzusetzen. Also aktuell arbeite ich ein bisschen an der Charakterentwicklung von meiner Boyband, weil das ist eigentlich so, ja, aus einem Traum heraus entstanden, diese ganze Idee und das war mehr so ein, ja, so ein, ja, ich weiß auch nicht, so ein bisschen klischee-mäßiges Comedy-Ding und das ist jetzt dadurch, dass so viele, also dass ich so viele Leser gewonnen habe, die das sehr toll finden. Irgendwie hat sich das jetzt ziemlich aufgebaut. Schon jetzt habe ich halt angefangen, ein bisschen so die Background-Stories zu den ganzen Figuren zu schreiben. Da bin ich jetzt gerade dran. Da hoffe ich, dass ich nächstes Jahr dann auch so einen kleinen Band veröffentliche. Also da sind auf jeden Fall viele Geschichten geplant. Und dann möchte ich unbedingt auch eine Hintergrund-Story zu meinen zwei Gangster-Jungs machen, weil die liegen mir natürlich auch sehr am Herzen, weil es meine erste richtige Comicserie war. Und ansonsten, ja, arbeite ich auch noch an meinem Drama-Fußball-Comic, den ich jetzt noch mal etwas umarbeiten muss. Den gibt es aktuell noch online zu lesen, aber da muss ich noch mehr Arbeit reinstecken. Dann wünsche ich dir ganz, ganz viel Kraft, die du wahrscheinlich brauchst, um das dann auch alles umzusetzen. Vor allem auch viel Erfolg und jede Menge Spaß. Vielen Dank. Ciao. Ja, danke dir. Tschüss. Ich habe ja total Glück, denn im Gespräch kam raus, dass ich jetzt einen Shootingstar interviewen darf, der schon demnächst bei einem der größten deutschen Comic-Verlage sein Werk, ihre Werke, rausbringen kann. Hi, ich bin der Andi. Wer bist du? Ich bin die Christine oder auch anders, Art Smoker Toy, aber eher Christine. Ich habe ja Glück. Ich kann nämlich noch eine der letzten Versionen kaufen, die es bei dir gibt, die du wohl im Selbstverlag rausgebracht hast, von deinem Comic. Wie heißt dein Comic und warum machst du da keine Neuen von? Also, mein Comic heißt Message. Es ist ein Science-Fiction, Cyberpunk-Comic und warum ich keinen Neuen mache, weil es über den Cross-Cult-Verlag läuft und dort wird eben halt jetzt veröffentlicht, also ich darf es nicht mehr machen. Okay. Yeah. Dafür gab es vielleicht auch den einen oder anderen Euro. Ja, ein klein wenig. Ein bisschen Schweigegeld. Aber freut mich, das ist ganz so cool. Also ich werde auf jeden Fall nochmal zugreifen, um hier exklusiv vorab quasi so eine Art Preview mitzunehmen. Aber gibt es eben offensichtlich schon ein bisschen. Worum geht es? Du hast jetzt schon das Genre angedeutet. Vielleicht kannst du so ein bisschen die Geschichte schon anschneiden, ohne jetzt zu viel zu spoilern. Oh, das ist einfach für mich. Das ist sehr einfach. Um Message geht es um einen jungen Soldaten, der eine sehr merkwürdige E-Mail von seinem Bruder bekommt, der leider bei einem Überfall von monströsen Maschinen leider angeblich verschollen ist oder verstorben ist. Ja, und jetzt versucht er natürlich anhand dieser mysteriösen Datei irgendwie herauszufinden, wo der Herr steckt. Ist ja gerade, glaube ich, eine Sache, die super gut ankommt. Ich persönlich mag das sowas auch ganz gern. Ich finde dieses Science-Fiction ein bisschen leichten Dystopie-Ansatz, bilde ich mir da auch einen gesehen zu haben. Finde ich saugeil. Was ist so die Inspiration und sind das Themen, die du sonst auch bearbeitest? Ja, eigentlich war das alles mehr spontan. Also es fing an eigentlich mit einem Bild, was ich einfach mal so hingekritzelt habe und da war das Feedback so groß, wo ich mir dann überlegt habe, dieser Charakter braucht eine Story und das hat sich einfach so mit der Zeit entwickelt und die Entwicklung hat wirklich drei, vier Jahre gedauert und das Thema Science-Fiction das kenne ich halt schon auch von meiner Familie eben halt mit Star Trek, Star Wars, alles Mögliche und auch einfach was mit Maschinen, mit künstlichen Intelligenzen zu tun hat. Das ist eben halt für mich so eins meiner Lieblingsthemen und das habe ich eben da drin auch aufgegriffen. Klingt total spannend. Hast du auch noch weitere Serien im Programm, also in deinem persönlich Portfolio oder ist das jetzt so dein erstlingswerk gewesen? Das ist mein erstlingswerk, erstlingswerk. Aber ich plane auch noch ein anderes, aber erst mal Message und danach, aber das ist was ganz anderes. Das ist dann schon kein Science-Fiction mehr, sondern eine Mafia-Story. Also ganz im Ernst, das ist doch mal mega beeindruckend, dein erstlingswerk und wird direkt bei einem großen deutschsprachigen Verlag veröffentlicht. Jetzt verraten Sie mal, wie du das wieder angestellt hast. Mit wem muss man da eigentlich mal eine Pizza essen gehen? Eigentlich mit niemandem. Das war eigentlich sehr spontan. Ich habe einfach nur geschaut, wer jetzt so in der Nähe jetzt ist von den Verlängen und da habe ich nur auf der Seite über den nicht gesehen, wie sonst bei Kaisen oder bei Panini, dass man sich bewerben kann. Und dann habe ich einfach mal jemandem eine E-Mail geschrieben und ich so, ja Leute, kann man sich bei euch bewerben? Dann sagten sie halt, nee, eigentlich nicht. Sie kaufen nur Lizenzen aus dem Ausland und vertreiben diese, aber sie gucken sich das gerne mal an. Und da habe ich mir gedacht, ja okay, da kriege ich einfach eine kostenlos, praktisch kostenlos eine Bewertung, gebe ich es einfach ab. Ja, und danach kam eine E-Mail mit der Antwort, jetzt müssen wir uns überlegen, wie wir dich ins Programm reinkriegen. Und ich so, wow, geil. Und hier sind ja nun wirklich ganz viele Comic-Künstler und ich bin jetzt mal so frei zu behaupten, die haben unterschiedliche Level, von der, von der auch viel mir die Zeichnung einfach gefallen. Bei die haben wir äußerst hochwertige Sachen, also finde ich wirklich ganz toll, das müsst ihr euch mal anschauen. Ich denke, das ist auch ein Grund, warum wir jetzt eben auch diese Veröffentlichung bei CrossCard sehen. Machst du das so nebenbei? Bist du eigentlich Hauptprofile Illustratorin? Hast du das studiert, eine Ausbildung gemacht? Vielleicht kannst du uns mal ein bisschen was zu deinem Lebenslauf erzählen, wie das eigentlich dazu kam. Okay, nein, also was mit dem Design oder was ähnliches mache ich gar nicht. Ich bin Schreinerin, das heißt, beziehungsweise ich arbeite eher als Maschinistin und das Zeichnen selbst ist für mich eigentlich nur ein Hobby und es hat sich einfach in den Jahren habe ich einfach, ja, das Zeichnen ist einfach mein Leben, es ist einfach mein Hobby, ich brauche es einfach. Die Arbeit selbst ist ein guter Ausgleich, dass ich mich ein bisschen geistig abgrenzen kann und ja, das ist, wie gesagt, das ist einfach nur ein Hobby, was ich ein bisschen ausarbeite gerade. So Zeichnen brauchen ja sicherlich viele, aber nicht alle erreichen dieses Level. Also ich meine, das ist ein ziemliches Geschleim, ist mir schon auch klar, aber tatsächlich ist es einfach so, dass ich glaube, du beschäftigst dich, denke ich, schon damit. Das ist ja nur anatomisch korrekt, Projekte Anatomie ist nicht selbstverständlich in der deutschen Comic-Landschaft. Das Coloring ist hochwertig, also die Kolorierung einfach. Wie hast du dir das beigebracht? Was sind deine Quellen gewesen? Hast du dich da an Feedback gehalten, dir irgendwelche Seminare reingezogen, Bücher gelesen? Irgendwoher kommt das doch? Du bist da jetzt, oder bist du einfach ein Naturtalent? Naturtalent garantiert nicht, aber das ist einfach nur viel Rumprobiererei. Ich will einfach, ich habe einfach wirklich sehr viel rumprobiert. Ja, wie soll man es sagen? Ja. Try and Error, einfach mal Feuer frei. Genau, es ist einfach wirklich so, ja klar, man hat sich dann schon Anatomie-Sachen angeguckt, also Kurse habe ich bislang nie gemacht, weil da bin ich einfach zu faul für und sonst ist das eben halt, ja, Feedback, oft habe ich mir anhören müssen, dass mein Stil halt nicht wirklich Manga ist und nicht wirklich Comic und für mich war das immer am Anfang immer so ein bisschen, ja, ich fand es ziemlich kritisch für mich selbst, weil ich dachte, wo komme ich, wo gehöre ich eigentlich hin? Aber jetzt im Nachhinein habe ich gesagt, dass diesen Stil, den ich jetzt habe, den arbeite ich einfach aus, das ist jetzt mein Ding, das ist einfach diese klaren Outlines, die ich gerne mache und auch diese Koloration, was ich schon sehr früh gerne ausgearbeitet habe und ich bin selbst froh, dass ich durch den Comic auch selbst jetzt einen guten Ausgleich gefunden habe, wo ich mit beides wirklich sauber kombinieren kann und auch nicht ewig fürs Zeichnen brauche. Ja, mega cool, da bleibt auf jeden Fall am Ball, denn gerade so ein bisschen sage ich mal eine Symbiose aus, ich finde die Unterteilung absolut lächerlich, aber eine Symbiose aus Comic und Manga ist so fantastisch und genau das, was glaube ich der deutsche Markt gerade gebrauchen kann, weil, dass man da so zwei Lager hat, ist absolut fatal, ich weiß nicht, wer sich das überlegt hat, das ist noch ein Stück schlimmer als das Wort Graphic Novel. Ich freue mich ganz toll für dich und wünsche dir noch ganz, ganz viel Erfolg, vielen Dank für deine Zeit, ciao. Vielen Dank. Anscheinend haben es mir nun wirklich die Comics angetan, die so ein bisschen ein düsteres Cover mitbringen, ich bin hier bei einer jungen Frau erneut, die, das gefällt mir wieder ganz toll, ich weiß nicht, ich glaube, das ist genau meine Veranstaltung, ich finde es ziemlich, ziemlich geil. Hallo, ich bin der Andi, wer bist du? Hallo, ich bin Giske, ich komme aus Berlin und werde dieses Jahr schon 26 Jahre alt, oh mein Gott. Boah. Ja, krass. Das ist keine Datingveranstaltung, du musst uns nicht verraten, wie alt du bist, aber kannst du es natürlich gern machen. 26 Jahre und du hast hier vor allem jetzt ein Werk dabei, in dem ich gerade ein bisschen blättere, namens Obscurus. Was ist ein Obscurus? Also Obscurus kommt natürlich aus dem Lateinischen und bedeutet so viel wie geheim, versteckt, auch düster, durchaus, ja. Und das habe ich als Titel gewählt, weil es schon das umschreibt, worum es geht und ich wollte halt einen sehr allgemeinen Titel, weil es eine Reihe werden soll, mit offenem Ende. Eine Reihe heißt, das ist jetzt auch inhaltlich aufeinander aufbauend oder sind es abgeschlossene Geschichten, die nur thematisch ähnlich sind? Genau, es sollen immer abgeschlossene Episoden sein, die schon, weil sich der Status Quo dann irgendwie ändert, quasi verbunden sind, aber die man schon einzeln lesen könnte und auch durcheinander. Worum geht es? Also grundsätzlich geht es um so einen paranormalen Ermittlertypen, der aber selber auch ein bisschen creepy ist und aber nicht gegen die Monster ermittelt, so wie Hellboy, der halt Monster verkloppt oder Konstantin, der dann irgendwelche Sachen aufdeckt, sondern, ah, Verzeihung, der halt für die Monster arbeitet sozusagen, der aufpasst, dass die im Geheimen bleiben und nicht zu viel Scheiße bauen und wenn sie Scheiße bauen, dann aber auch mal auf die Nase kriegen. Eine abgeschlossene Geschichte, die auch wirklich ein gewisses Abs, ich habe jetzt natürlich nur überflogen und mir haben auch die Zeichnung angeschaut, es gibt da leicht abstrakte Ansätze, es gibt aber auch viele doch sehr konkrete Zeichnungen, es sieht ein bisschen aus wie so ein bisschen wie ein Zombie, das könnten auch Dämonen sein. Ja, also ich glaube, gefällt mir sehr gut. Seit wann machst du das eigentlich schon? Wie lange arbeitest du speziell jetzt an diesem Comic? Da habe ich jetzt, wenn man jetzt von März diesen Jahres ausgeht, dann ziemlich genau zwei Jahre dran gearbeitet. Ich habe es als Bachelorarbeit angefangen, da habe ich das erste Kapitel gemacht, aber ich habe den Hauptcharakter und so, das Setting trage ich schon sehr lange mit mir rum. Ja, und zeichnen tue ich schon seit ich klein bin, Comics speziell so seit ich 15 bin. Ja. Ist das dein Erstlingswerk, das erste abgeschlossene, den ersten abgeschlossenen Comic, den man von dir kaufen kann oder gibt es noch weitere Sachen? Oder Beteiligung an zum Beispiel irgendwelchen Anthologien oder so? Es ist tatsächlich das erste abgeschlossene. Ich habe vorher schon mal einen längeren Comic gezeichnet, da fehlt aber immer noch Teil 2. Dann habe ich dieses Jahr vier Seiten gezeichnet für das feministische Comic-Netzwerk. Ja, das wäre es soweit. Was heißt das? Das Netzwerk kennen wir auch, das ist von der Lara, die da einen wesentlichen Anteil auch trägt. Was heißt das da für die gezeichnet? Haben die was veröffentlicht? Die haben jetzt ein neues Sein gemacht, das Bodies heißt. Da ging es eben um Körperpositivität, Körperlichkeit und da habe ich einen vielseitigen Horror-Comic beigesteuert zu diesem Thema. Ja, cool. Sind die denn alle so ein bisschen so düster, sag ich mal, weil das ist speziell obskurrisch, das ist natürlich ein sehr dunkler Ansatz, auch von der Farbwahl her sieht man das, auch wenn ich mir jetzt teilweise deine Artworks hier anschaue, die du hingelegt hast, die man sich hier auch von dir mitnehmen kann. Ist das so, ist das düstere ein Thema, das du immer irgendwie thematisierst? Schon, ja. Also ich mag es gern düster und auch fantastisch, das sind so die Hauptbereiche, die mich interessieren. Ich arbeite jetzt aber auch gerne mit Farbe, also da würde ich mich jetzt nicht in so eine Schublade einordnen, Sprache lebt. Ja, blub. Blub. Da habe ich den Faden verloren. Ne, Schubladen sind auch echt nicht so unser Ding, aber auf zwei Sachen müssen wir unbedingt nur kurz zu sprechen kommen. Zum einen ist mir auf der Rückseite von Obscurus aufgefallen, dass du anscheinend Teil des Comic-Werk bist. Das Comic-Werk ist mir aufgefallen bei älteren Publikationen, die es beim The Next Art Verlag gibt. Vielleicht kannst du uns mal noch kurz zusammenfassen, was ist denn eigentlich dieses Comic-Werk? Also das Comic-Werk ist generell eher so ein Künstlerkollektiv, jetzt weniger ein Verlag und bei der Kollektiv-Geschichte da verkacke ich jetzt ganz hart. Ich bin seit ja grob 2011 dabei und treffe mich halt immer regelmäßig mit den Leuten und wir haben uns gegenseitig viel unterstützt und ich habe auch durch Guido Neukam und Daniel Gramsch, die da ja auch mit dem Comic-Werk sind, viel gelernt. Ich könnte jetzt sagen, das sind meine Mentorinnen. Ja, also an dieser Stelle herzliche Grüße, Shoutout, whatever. Und ich bin natürlich großer Fan ihrer Arbeiten. Ist das eine geschlossene Gesellschaft oder kommt da jeder rein, der bei euch anklopft? Ja, jeder, der anklopft. Also wir nehmen gerne jeden auf, der mitmachen möchte und vor allem Rat und Tat und Unterstützung zu seinem Comic-Projekt oder ihrem Comic-Projekt sucht. Die zweite Sache, die mir aufgefallen ist hier bei dir am Stand, sind deine Karten vom Spiel mich. Das Spiel, das man aktuell bei der Comic-Solidarity da zusammensuchen kann. Die J hat uns schon in Ansätzen ausführlich erklärt, worum es da eigentlich geht und ich habe auch so eine Ahnung, wie das funktioniert. Wie läuft es hier? Was hast du eigentlich auf deinen Karten drauf? Also ich habe jetzt den Hauptcharakter meines Comics auf der Karte, der da heißt Khan O'Mara. Er ist ein Ihre. und er hat zum Beispiel als Fähigkeit Gruselpower, das ist eine Spezialpower und seine Cleverness-Power ist Recherche, ja, also ein Bücherwurm. Dann, ich glaube, meine Lieblingskategorie ist quasi Charisma, das ist das Zitat eines anderen Charakters aus dem Comic, mach dich locker, Paddy. Ja, also so viel dazu. Und in Erlangen ging es, glaube ich, sehr gut mit dem Spiel. Es hat auch recht viel Zuspruch gefunden. Wie ist es hier? Reißt dir jetzt das Publikum die Karte in aus den Händen? Leider nicht. Also, ich weiß nicht, ob es hier jetzt so bekannt ist. Da habe ich jetzt überhaupt keinen Überblick. Ich sitze hier in meiner kleinen Standblase und kriege irgendwie nichts mit. Aber jeder, der einen Comic kauft, der kriegt auch eine Karte gratis. Ja, mega. Wenn das nicht Grund genug ist, hier dann vielleicht doch eins mitzunehmen. Giske, ich danke dir vielmals für deine Zeit und wünsche dir noch ganz, ganz viel Erfolg. Ciao. Dankeschön. Es hat mich sehr gefreut. Auf Wiedersehen. Hier gibt es ganz viele Indie-Zeichner und eine davon ist eine junge Frau, die hat einen Comic gemacht namens Verflechtung. Verflechtung scheint ja auch im Eigenverlag rausgekommen zu sein. Sieht natürlich wieder fantastisch aus und bietet vor allem auch eine ganze Menge Bonus-Material. Ich habe gerade über ein paar Skizzen geblättert. Wir sind mal gespannt, was uns hier inhaltlich erwartet. Hallo, ich bin der Andi, wer bist du? Hallo, ich bin die Marion. Hi Marion. Ich habe gerade Verflechtung in der Hand. Was ist eine Verflechtung? Verflechtung ist eine Anspielung auf den Inhalt des Comics teilweise und auf das Thema des Comics im Allgemeinen. Wie sich die Beziehungen zwischen den Menschen und wie da Verflechtungen entstehen können, ohne dass man sich das bewusst ist zum Beispiel. von welchem Genre sprechen wir und vielleicht kannst du die Story mal anreißen. Das Genre ist historisch übernatürlich mit leichtem Horror und in der Geschichte geht es darum, dass zwei Mädchen, also zwei Schwestern mit ihrem Vater in der Nähe allein bei einem Wald wohnen, total abgeschottet und irgendwann kommt der Vater nicht mehr aus dem Wald zurück und die große Schwester muss den Vater suchen gehen und auf der Suche nach ihm finden sie halt über ein altes Familiengeheimnis heraus, das der Vater ihnen nie erzählt hat und wo sie jetzt mit den Konsequenzen umgehen müssen. Wald- und Familiengeschichte, da muss ich da tatsächlich immer so ein bisschen auch an Märchen denken. Ist das ein Aspekt, der da eine Rolle spielt bei dir? Ja, es war schon so gedacht, dass es ein bisschen märchenhaft sein soll weil ich mir auch gedacht habe, Märchen, das sind wirklich Kurzgeschichten und mit so einem Märchenformat kann man eigentlich auch gut einen kurzen Comic machen, der jetzt nicht 50 Seiten oder so lange ist und deswegen habe ich gedacht, so einen ganz simplen Aufbau könnte man eigentlich gut als Kurzcomic machen. Vielleicht mal ein bisschen zu dir. Hinten war eine kleine Kurzbiografie drin, aber ein bisschen besser klingt es natürlich, wenn du uns das selbst mal erzählst. Wo kommst du her, was machst du und vor allem, wie bist du eigentlich in diese Comicszene gerutscht? Also ich komme aus Luxemburg und bin eigentlich in die Comicszene dadurch geraten, dass ich nach Berlin gegangen bin, um Illustrationen zu studieren und da habe ich dann auch andere Comicliebhaber kennengelernt und auch Comickünstler aus Berlin und dadurch bin ich dann erst so an diese ganze Sache mit den Conventions auch drangekommen, weil in Luxemburg gibt es keine dieser solchen großen Conventions und deswegen war es als Jugendlicher immer sehr, sehr neidisch, wenn ich in Luxemburg saß und in Deutschland gab es all die großen Conventions, wo all die Fans hingehen können und ja, jetzt kann ich endlich hier sein, nur sitze ich halt hinter einem Tisch und kann nirgends hinlaufen. Muss ja nichts Schlechtes sein, ganz im Gegenteil. Und genau in Berlin, da gibt es ja nun durchaus eine sehr repräsentative Comicszene auch, die gewesen ist. Ihr habt jetzt vor kurzem die Comic Action gehabt, auch in Berlin. Da ist ja doch eine Invasion, Comic Invasion, oh Gott, oh Gott, die Comic Invasion. Warst du da gewesen? Ich war da, auch nur als Gast. Ich hatte leider keinen Tisch, weil ich hatte das dieses Jahr jetzt überhaupt gar nicht auf dem Schirm. Ich hatte schon für Erlangen geguckt und jetzt für Stuttgart, aber Comic Invasion hatte ich ganz vergessen, dass die ist. Vielleicht kannst du mal so, weil die kenne ich jetzt gar nicht und vielleicht auch nicht jeder der Zuhörer da draußen, mal so ein bisschen vergleichen. Wie ist die Comic Invasion? Wie ist vielleicht dann hier auch im Vergleich diese Con? Die Comic Invasion ist erstens viel kleiner als die Comic Con hier in Stuttgart und zweitens geht die viel stärker zu Independent und etwas mehr experimentelleren Comics. Das heißt Comics, die dann auch zum Beispiel komplett in Siebdruck gemacht sind oder Kurzcomics, die dann sehr abstrakt gezeichnet sind und es gibt auch sehr viele kleinere Verläge, die da auch ihre Comics verkaufen und die einzelnen Künstler, die da auch dann ihre eigenen selbst gedruckten Comics verkaufen und ja, das ist eigentlich die Comic Invasion. Viel kleiner, viel mehr independent, eigentlich fast gar keine großen Medien da. Okay, ist eigentlich schade, weil ja, ich meine, das ist ja ein sehr interessantes Projekt und könnte ich mir viele, auch große Medien durchaus vorstellen. Yo, mega nice. Was können wir denn demnächst noch von dir erwarten? Das ist jetzt hier bereits ein abgeschlossenes Heft, das ich gerade in der Hand halte. Es ist ja also, weiß ich, wie viele Seiten das sind. 33 Comic Seiten sind das. 33 Comic Seiten? Wann kam das raus und vor allem, was können wir als nächstes von dir erwarten? Wie war die erste Frage nochmal? Wann kam das raus? Ah, das kam dieses Jahr jetzt raus. Ich habe es extra für den Comic Salon Erlang gemacht. Das ist jetzt in vier Monaten durchgedrückt. Im Januar mit der Geschichte angefangen und dann wirklich bis knapp vor Erlang dann komplett gedruckt, also gedrucken lassen. Und in vier Monaten habe ich dann das Licht der Sonne nicht gesehen. Ah, okay. Kellerkind. Ist es jetzt fertig oder kommt es noch? Ist es ongoing? Wie sieht es aus? Das ist jetzt eine einzelne Geschichte, die so abgeschlossen ist. Da werde ich jetzt auch nichts weiter machen. Es war einfach quasi eine Märchengeschichte, so gesehen. Und was kommt demnächst? Kannst du schon irgendwas anteasen, auf das wir uns freuen können? Ein komplett ganzer Comic, wahrscheinlich nicht, aber ich arbeite gerade an einem neueren Comic-Projekt, das etwas länger werden soll. und da werde ich dann regelmäßig wahrscheinlich Skizzen und Charakterdesigns und alles hochladen und wahrscheinlich auch Probeseiten. Und mit dem Projekt werde ich dann vielleicht auch gucken, bei einem Verlag zu gehen und das dann richtig verlegen zu lassen. Kannst du uns verraten, nächstes Genre? Wie bitte? Kannst du uns das Genre verraten? Ähm, Fantasy. Super. Dann schon mal vielen Dank für deine Zeit und noch ganz viel Erfolg hier auf der Con. Ciao. Danke, tschüss. Der zweite Tag hier bei der German Comic-Con hat begonnen. Es geht los, die Freude steigt, ich habe so ein leichtes Kribbeln an verschiedenen Körperstellen und ich sitze hier bei einer ganze Menge lustigen Typen und auch einer Dame. Wir haben, uns verbindet viel. Ich habe einem der Herrschaften unter anderem das Podcast-Logo vom Telestandisch zu verdanken und ja, zuletzt haben wir uns auch unterhalten über Avengers Infinity Wars und da war es glaube ich, wo wir so ein bisschen ein Resümee gezogen haben. Hallo, ich bin der Andi. Wer seid ihr? Moin, ich bin der Litsch. Aber mich durfte man unter anderem kennen unter Litsch. Sehr gut. Gerne. Äh, ich bin die. Auch von Control Ultra Geek. Nice. Und ihr seid hier nicht allein? Ihr habt noch wen mitgebracht? Hallo. Hallo, ich bin die Mia. Hi. Und du bist auch da. Hallo. Äh, ich bin Stefan und bin nur für den Verkauf hier. Hallo Stefan vom Verkauf. Hahaha. Ihr seid richtig groß aufgestellt. Ihr habt einen riesen Tisch am Start und ähm, ich bin auch so ein bisschen überrascht. Ich hab schon gemerkt, dass ihr auf jeden Fall auch T-Shirts macht, aber ich kannte bis jetzt nur eure Podcast-Aktivitäten. Vielleicht könnt ihr mal so ein bisschen erzählen, was ihr denn offensichtlich sonst noch so tut. Naja, also offensichtlich haben wir auch andere Talente, außer blöd in ein Mikrofon reinzureden. Äh, und das, äh, ist unter anderem äh, dem geschuldet, dass wir uns in der Ausbildung damals kennengelernt haben, die, äh, äh, Grafik-Design-Ausbildung und, ja, da haben wir uns damals gedacht, als wir den Podcast geformt haben, hey, da wir eigentlich auch ziemlich gut zeichnen können und, äh, so ziemlich alles, brauchen wir niemanden, der unsere Cover malt oder unser Logo macht. Äh, ja. Ganz leicht Arbeit mit sich zieht, wisst ihr so, wenn man dann so denkt, ja, man könnte natürlich, man könnte natürlich einfach für jedes, äh, schöne Podcast-Artwork, das man hat und für jede Folge ein eigenes Cover machen. Das ist, glaube ich, die dümmste Idee, wie wir hier was zusammen hatten oder so. Aber hat sich doch am Ende gelohnt irgendwie, so ein bisschen zumindest. Es ist ja absolut unvorstellbar, was da Leute geben, die kennen weder euren Podcast noch kennen die eure Arbeiten. Vielleicht könnt ihr mal so ein bisschen beschreiben, worum es jeweils geht. Was ist das? Was macht ihr da eigentlich so? Was machen wir da eigentlich so? Wir machen das, was ungefähr seit 2016 jeder versucht, und zwar Podcasts mit irgendeinem Nerd oder Geek-Faktor aufzustellen. Das Problem an der Sache ist, wir machen es wahrscheinlich schlechter, aber dafür witziger als alle anderen. Außerdem machen wir wunderschöne Sachen, die man kaufen und erwerben kann. Und wir sind unterwegs auf solchen Dingern, wo du jetzt gerade auch stehst, zum Beispiel an einem Comic-Con oder einem Salon in Erlangen oder die Gamescom, was wir bis jetzt aber noch nicht geschafft haben. Und, ähm, ja. Wir machen auch noch einen Musik-Podcast. Das volle Programm jetzt betreibt, richtig Name-Dropping. Wie heißen die denn alle? Also einmal haben wir natürlich den normalen Control-Altry-Geek-Podcast, der sich aufteilt in lange Folgen und den Press-Start-Folgen, die eigentlich immer wieder regelmäßig kommen. Das ist eigentlich nur so ein bisschen Popkultur-News und was wir so gespielt oder geschaut haben. Eigentlich ist es nur Quatsch. Also es ist eigentlich nur kompletter Quatsch. Genau. Die ganze Zeit. Und jetzt, äh, neuerdings haben wir einen Musik-Podcast, der heißt Hör und Schimpf. Und da nehmen wir Vorschläge von Fans oder Zuhörern eben für irgendwelche Alben. Und diese Alben hören wir uns dann an und reviewen jedes Lied dazu. Und wie wir das eigentlich finden. Meistens finden wir es ziemlich scheiße. Was an dieser Sache auch ganz interessant ist, ist einfach, wir haben zusammen 18 Jahre Band-Erfahrung und 18 Jahre Band-Erfahrung sind jetzt nicht so wenig. Das heißt, wir haben jetzt nicht so, oh, das Lied ist aber voll schön, Mann. Sondern wir können das Ding halt komplett auseinandernehmen. Was hat das für eine Rhythmik, Struktur und so weiter. Das heißt, ich klopfe jetzt immer genau auf die Schulter. Oh ja. Ihr hattet zusammen so eine Boy-Band, ne? In der 18 Jahre langen Tourzeit. Das war's doch, oder? Oder was für Musik habt ihr da gemacht? Also das war dieses, wo wir quasi uns die T-Shirts quasi immer hochgezogen haben, damit man die Nippel halbwegs sieht. Das war eine der besten Zeiten, die ich jemals hatte. Ganz anders, ähm, wie hieß doch mal unser größter Hit? Ich bin mir gerade nicht sicher. War das... Jetzt wirst du eigentlich einsteigen. Was Witziges sagen? Ich kann mir, fällt leider nicht sein. Tut mir leid. Schön, ihr kennt das Lied. Das geht ungefähr. Das sind die Besten. Ja, ja, die kennen wir auch. Die Chartbreaker gehen immer. Ja, nice. Also okay, coole Podcasts. Offensichtlich auch steht so ein bisschen die Art und Weise so ein bisschen auch ein bisschen im Vordergrund. Und weniger jetzt vielleicht immer die einzelnen Inhalte, sondern mehr so die Methodik. Könnt ihr mir vorstellen. Aber ihr habt ja auch ganz, ganz tolles so Artwork eben mitgebracht. Also speziell eben auch auf T-Shirts gedruckt, auf Postern gedruckt. Was ist das so? Was ist so euer Stil? Versucht es mal ein bisschen zu beschreiben. Wir sind ein Audio-Podcast. Ihr wisst, das ist einer der Nachteile. Mit so Optik ist es ein bisschen schwierig. Vielleicht könnt ihr so mal andeuten, was eure Themen sind, die ihr zum Beispiel bedient. Gut, also ich für meinen Teil bin eher Richtung Fantasy, Illustrationen, vor allem im digitalen Bereich aktiv. Sprich, das sind so Motive, die man auch echt oft auf Facebook oder Instagram sieht. Von Wehrwölfen oder Vampiren oder was auch immer. Es ist alles recht bunt, aber doch einheitlich. Also es ist schwer zu beschreiben. Es ist auf jeden Fall Fantasy-Illustration, sage ich jetzt mal so. Schaut es euch an. Ja, schaut es euch einfach an. Finde man alles bei euch auf der Seite, die ich natürlich verlinken werde auch. Ja, wir haben... Die Control-All-Seite momentan nicht, weil uns hat ja die DVSGO schön reinge... Ja gut, finde ich jetzt gerade... Darf ich bei dir fluchen? Bitte. Reingefickt. Und das große Problem an dieser Sache ist, dass wir jetzt quasi nur noch die Podcasts oben haben. Man findet uns natürlich auch unter den normalen Sachen. Soll ich mein Zeug kurz noch vorstellen? Relativ einfach. Wer die Nerdy-Turdy-Gang kennt und die Klamotten, die ich herstelle, das ist quasi mein Steckenpferd. Also Streetwear, das ist so ein bisschen... Das ist quasi einfach interessante kleine Themen. Man hat ein bisschen Gaming ist dabei. Ein bisschen so dieses, was man normalerweise so kennt, wie Totenköpfe, aber nicht noch so die normalen. So das halt. Ja, mega nice. Und wie läuft es so? Ist so eine Messe genau die Veranstaltung, auf der ihr da quasi optimal aufgehoben seid? Wollt ihr alle mega viel Geld für die Sachen da lassen? Oder ist das Publikum eher noch so ein bisschen distanziert? Was ist so euer Eindruck von der Con, die ihr vielleicht, weiß ich, ob die ihr jetzt das erste Mal besucht, ich schätze nicht. Vielleicht könnt ihr sagen, so wie das Publikum ist und ob es da vielleicht sogar eine Veränderung in den letzten Jahren gab. Wir haben jetzt gerade aktuell gefühlt jedes Wochenende eine andere größere Comicveranstaltung. Was ist so euer Eindruck von diesem Jahr und speziell eben auch vom Publikum? Es ist tatsächlich so, dass letztes Jahr, also es wandelt sich von Jahr zu Jahr und von Jahr zu Jahr sind auch die Vorlieben anders. und tatsächlich ist dieses Jahr ein bisschen Mauer. Die Leute laufen ein bisschen schneller an den Sachen vorbei. Vielleicht liegt es auch an der riesigen Reizüberflutung teilweise. Aber es ist grundsätzlich so, dass tatsächlich von Jahr zu Jahr sich die Geschmäcker und die, also was die überhaupt wollen, verändert. Weil letztes Jahr hieß es immer, habt ihr das nicht auch in kleiner? Gibt es das nicht auch in kleiner? Ist das alles so groß? Ich kann mir das alles nicht aufhängen. Und dieses Jahr ist es eher so, ja, gibt es das auch als T-Shirt oder als Flagge? Es ist tatsächlich, ändert sich ständig und man muss eigentlich immer so ein bisschen am Puls der Zeit bleiben, um so ein bisschen da mitzuziehen. So, das ist zumindest mein Gefühl jetzt. Also, ja. Dann lass mich nochmal ganz kurz die reichste Frage zwischenschieben. Lohnt sich die Veranstaltung für euch? Ja, also noch nicht ganz, aber es ist ja noch früh am Tag und man kommt, glaube ich, schon ganz gut weg und vor allem ist es auch nicht nur wegen den Verkaufszahlen, sondern eben auch, um überhaupt präsent zu sein, um erstmal ein bisschen Kärtchen zu verteilen und ein bisschen Bekanntheit zu erlangen. Also dafür lohnt sich schon. Also ich komme grundsätzlich, kriege die Kosten rein. Also bei mir, T-Shirts gehen immer. Ich würde das mal, ich setze mich ein bisschen aufrechter hin. Es lohnt sich relativ. Also ich habe jetzt, ich nenne jetzt keine Zahlen, ich bin locker dreistellig und ich werde hoffentlich doppelt so viel einnehmen, wie ich ausgegeben habe, aber das sehen wir dann noch. Das freut mich zu hören. Das ist eigentlich, glaube ich, ein schönes Fazit und auch ein Zeichen dafür, dass sich solche Veranstaltungen lohnt. Gerade hier die Con in Stuttgart selbst ist ja, glaube ich, auch vielleicht sogar die Beste, die wir in Deutschland in der Form haben. In Con, für die Cons gesehen. Das auf jeden Fall. Ich würde noch gerne eine kleinere in den Raum werfen, die anscheinend nicht schlecht ist und die momentan wächst. Und zwar ist es, die findet, glaube ich, nächsten Monat am 7.7. statt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Und zwar ist die Con in, ja, jetzt habe ich den Namen vergessen. Großes Kino. Offenburg. Ja, die Con in Offenburg. Ich weiß nicht, ob du da auch bist. Nee. Die ist relativ cool. Die wächst momentan. Die war eine kleine Con letztes Jahr und erweitert sie dies hier auf zwei Hallen. Also ungefähr die Größe der Comic-Con hier in Stuttgart, was ich echt nicht übel finde. Und sie holen sich im Gegensatz zu dem hier nicht die Filmstars, sondern die ganzen kleinen Sachen. Also die ganzen Cosplayer picken sie sich raus und sie picken sich irgendwelche kleinen Artists raus wie Egon Forever und so. Das ist ein ziemlich großes Kino. Musst du übrigens auch noch hingehen zum Egon. Ein echt guter Typ. Termin ist schon vereinbart und er hat mir gestern schon zwei Comics zum Vorlesen in die Hand gedrückt. Alles schon geklärt. Super, dann schon mal vielen Dank. Vielleicht könnt ihr noch ganz zum Schluss ein bisschen was anteasen. Was können wir bei euch demnächst in den Podcast erwarten? Könnt ihr euch vielleicht schon verraten, welches Album demnächst besprochen wird? Wann die neue Kollektion kommt? Oder ist gerade eine ganz aktuelle erschienen? Vielleicht könnt ihr da noch mal kurz ein bisschen was zu sagen. Also unser nächster Podcast, der große Podcast mal wieder, wird sich um Ohrwürmer drehen. Das ist auf jeden Fall schon mal sicher. Da könnt ihr euch freuen auf viele Ohrwürmer. Ich bin mal gespannt, ob da ein paar Leute nicht verrückt werden oder wir sogar, während wir dieses Ding recherchieren. Freut euch auf das Singen von uns. Ja, das blöde Summen, Singen oder Pfeifen, je nachdem. Und für Hör und Schimpf sind ein paar Anfragen da, da müssen wir noch schauen. Also das geht relativ zügig eigentlich. Also das nächste Mal Hör und Schimpf wird eine Pornoproduzentin sein, soweit ich weiß, die selber singt. Mehr weiß ich noch nicht genau. Ich habe es ja noch nicht gelesen. Ja, toll, gell? Jungs, vielen Dank für eure Zeit und noch ganz viel Erfolg. Ciao. Wir haben uns jetzt mal kurz hier in den Pressebereich zurückgezogen, denn hier ist es doch ein bisschen ruhiger und fluffiger und vor allem kann man sich viel mehr über diese ganzen Details unterhalten und sie gehen eben auch nicht verloren. Ich habe jemanden dabei, den würde ich mal schlichtweg als einen der Superstars der deutschen Comicszene bezeichnen und nicht nur, dass er gerade einen ganz aktuellen Comic am Start hat, nein, der Comic, der hat auch einen Bezug zu einem anderen Spiel, das eben jetzt auch demnächst erscheinen wird, habe ich mir gerade alles erzählen lassen. Klingt mega spannend, deswegen müssen wir uns das mal ein bisschen genauer angucken. Hallo, ich bin der Andi, Wer bist du? Ich bin der Felix Mertekat, hallo. Hi Felix. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Zudem kann man, glaube ich, ganz viel sagen. Du hast schon ganz viele Interviews gegeben, es gibt sehr viele Sachen, die man über dich lesen und finden kann im Internet, weil du einfach bei Weitem kein Unbekannter mehr bist. Du hast ganz tolle Arbeiten, die aus ganz vielen Gründen sehr positiv hervorstechen und ganz aktuell gibt es was von dir, das gibt es in zwei verschiedenen Medien. Was ist das denn und wie heißt es überhaupt? Ich denke, das kannst du sogar wirklich gut sagen. Warum bist du Aufmerksam geworden drauf? Na, mir ist das aufgefallen, weil ihr natürlich euren Stand hier habt und ich eben auch gerade mit deinem Redakteur gesprochen habe von der Firma, bei der euer aktuelles Spiel erscheint. Die Firma nennt sich King Raccoon Games und der King Raccoon Games macht hier was namens, dann spreche ich das richtig aus, Tsukuyomi. Hervorragend, ja. Also pass auf, es ist alles viel weniger magisch, das jetzt klingt. Der Comic selber kommt bei CrossCult raus, bei dem ich ja auch schon seit 2010 meinen ersten Comic rausgebracht habe. sind wir uns seit acht Jahren schon treu im Comic-Bereich. Aber der King Raccoon Games Verlag ist ja sogar mein eigener Verlag. Das heißt, wir haben uns eigentlich gegründet, um eigene Produkte rauszubringen und jetzt mit Tsukuyomi haben wir unser erstes abendfüllende, riesengroße Spiel rausgebracht. Er hat letztes Jahr im Oktober auch Kickstarter dazu gemacht und warten jetzt gespannt. In zweieinhalb Wochen ist das Spiel endlich da. Vier riesige Boxen, ich bin so sehr gespannt. Also erfolgreich gefundet, wie es aussieht und ich war nicht überrascht, wenn das Ziel deutlich überschritten worden ist. Ich kenne jetzt keine, wie lief die Kampagne eigentlich? Also wir wollten 36.000 haben und haben 110 bekommen. Also 110.000. Das ist ordentlich. Ja, man kann damit arbeiten. Es ist eine wirklich extrem hervorragende, erfolgreiche Kampagne für uns gewesen, weil wir nicht gedacht haben, dass so viel Support kommt. Wir haben extrem viel deutsche Unterstützer gehabt, das uns extrem freut. Und wie du schon sagst, vielleicht, weil wir ja schon seit ein paar Jahren in der Szene drin sind und eben auch mit anderen Künstlern und Kreativen zusammenarbeiten. Unter anderem beim Comic habe ich jetzt mit verschiedenen deutschen Comicautoren und auch nicht Comicautoren, sondern einfach Autoren gearbeitet. Zum Beispiel Bernhard Hennen hat mitgearbeitet, Bernd Perblies kennt man vielleicht. Ansonsten Verena Klinke, die ja die Stil-Noir-Reihe mit mir geschrieben hat. Und in den folgenden Bänden kommen noch mehr Leute dazu, weil ich es total liebe, dass die Welt von anderen Autoren weiterentwickelt wird. Aber frag mich doch mal, worum es in der Welt geht. Das wäre gleich der nächste Punkt. Vorher wollte ich noch was anderes vor reinschieben eigentlich. Und zwar kann ich nicht natürlich vor allem aus der Comicwelt und deinen Comicarbeiten, die du gemacht hast. Aber ich habe es eben gerade erfahren, weil es aber auch ein Bereich ist, mit dem ich jetzt noch nicht so viel Kontakt hatte. Das ist eben offensichtlich bei Stinoa in diesem auch ein Rollenspiel gab es dazu. Und jetzt aktuell dieses Brettspiel. Ist das was, womit du dich auch vollumfänglich befasst? Bist du auch Spieler? Ich bin vor allem Spieler gewesen. Ich habe als Kind und Jugendliche nur gespielt und keine Comics gelesen. Ich habe 2010 mich mit Comics angefangen zu beschäftigen. Zu meiner Diplomarbeit Jakob habe ich rausgebracht und habe dann angefangen, okay, was ist denn eigentlich Comic? Ich habe davor ein paar gelesen, so die Asterix und Obelix und ein bisschen Hairboy. Ich habe mal mit vier Spawn-Heften was gemacht, aber ich bin kein Comic-Leser an sich. Aber ich liebe das Medium mittlerweile als Macher und ich habe auch meine Comics-Sammlung in den letzten Jahren extrem angestiegen, aber ich bin eigentlich ein Spieler und kein Comic-Leser. Sehr interessant. Mega. Ja gut, dann sollten wir wirklich jetzt mal auf die Details gehen. Worum geht es eigentlich? Aber mal kurz eine Frage. Kurz zurück. Du hast gesagt, dass du 2016 dich jetzt hier entschieden hast, einen Podcast zu machen. Warum? Also ich labere gern. Das, was ich hier mache, mache ich schon immer nur ohne Mikro. Das heißt also, ich versuche Kontakte einfach zu plaudern halt die ganze Zeit und ich habe es inzwischen ein bisschen intensiviert, um auch anderen die Chance zu geben, zum einen gerade im kleinen Indie-Bereich sich ein bisschen vorzustellen. Das ist einfach als Plattform auch einfach, das ist mir sehr wichtig, weil da durch die Bank weg sympathische Leute dabei sind eigentlich, die es verdient haben, ein bisschen Aufmerksamkeit zu bekommen. Ja und dann ist es für mich einfach ganz interessant so gewesen, diesen Austausch. Ich sehe ja bei ganz vielen Kollegen, die Podcast machen, die YouTube machen, die Blog machen, die machen das alles relativ einseitig. Ich finde, da ist noch nicht genug Feedback und ich versuche da so ein bisschen so ein Netzwerk zu etablieren, so ein loses Netzwerk, in dem man sich ein bisschen austauscht und auch zusammenarbeitet, weil ich finde, es gibt mir zu viele kleine Inseln. Ja, die Inseln sind in Deutschland relativ populär, auch was es in Verlagen angeht, genau das Gleiche. Und statt große Kooperationen macht man eher so klein, klein sieht man ja auch sehr gut bei den Künstlerständen, die alle ihre zwei Quadratmeter haben oder ein Quadratmeter und nicht aufs Klo gehen können. Was sind deine Lieblingsthemen, über die du berichtest? Also ich speziell habe einen Fokus auf Comics, im Speziellen habe ich jetzt hier ganz viele auch Interview-Specials mit Indie-Künstlern. Also ich behaupte immer, ich habe so 50 bis 60 Prozent der deutschen Comic-Indie-Szenen schon in irgendeiner Form interviewt und dem ist auch so. Also ich habe inzwischen auch einen ganz guten Draht zur Comic-Solidarity, ich weiß nicht, ob du die kennst. Klar, jeder. Die sind ja wirklich ein super Zusammenschluss, die Idee dahinter ist ganz fantastisch und ja, einfach Plattform, 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 deswegen läuft auch vieles so ein bisschen unter dieser Eigenwerbung für diese Künstler. Dafür, das ist so der Plan. So, jetzt aber wirklich zum Inhalten. Ich erzähle, wenn du willst, wir haben bei Tsukuyumi, kann man sich von zwei Seiten nähern, einerseits vom Produkt, was du jetzt gemacht hast, sprich sagen, wir haben einen Comic und wir haben ein Spiel gemacht, Tsukuyumi ist aber deutlich mehr, wir haben eine Welt erschaffen, die in verschiedenen Medien ausgewertet werden kann. Also wir haben schon, ich habe auch, Anja Bagus hat schon gesagt, ich würde gerne einen Roman darin schreiben und die Welt lebt, genau von dieser Initiative, dass dort das Medium nicht entscheidend ist. Du kannst auch von mir aus ein Musical in der Welt machen. Aber worum geht es in dieser Welt? Stell dir vor, der Mond ist auf der Erde gelandet, nicht abgestürzt, sondern wirklich gelandet und bricht dabei auf und innen drin befindet sich ein riesengroßer weißer Drache und sein Name ist Tsukuyumi. Und er ist der letzte noch lebende Kami-Gott der japanischen Mythologie, der jetzt dafür sorgt, dass die Erde einfach nicht mehr die gleiche ist wie vorher. Wir haben zwar ein bisschen Post-Apokalypse, aber das ist nicht das vorherrschende Thema, sondern es geht eigentlich darum, Clash of Everything. Stell dir also vor, der Einfluss des Gottes sorgt dafür, dass das Leben auf der Erde sich schnell weiter evolutionieren kann in wenigen Tagen. Und da haben wir zum Beispiel die Borlord, eine Wildschweinrotte, die jetzt auf zwei Beinen geht und sprechen kann und die heilige Bormatter verehrt. Also es gibt dann ein Weibchen, der Anführer des Clans ist und die hat eine ganze Riege aus War Maidens, also Kriegerinnen. Und es gibt immer nur ein Männchen und der wird einem nur an Hand des Penisgröses ausgesucht. Der ist dann der Bormaster. Ansonsten ist das ein totaler matriarchischer Staat und die Männer sind die Arbeiter, die das alles machen. Wir haben zum Beispiel auch die Fireborn, also Drachen, die aus dem Erdmantel, die ihre eiernden Erdmantel in den flüssigen Lavakern legen und je älter sie werden, härten sie aus und werden irgendwann zu Stein. Dann haben wir die Nomads, das sind die Soldaten, die ehemaligen Soldaten der US Army. Die USS Nomads sind Flugzeugträger, die ist auf Grund gelaufen, weil der Mond den ganzen Pazifik verdrängt hat. Wir spielen in so einer riesengroßen Wüste, die früher Pazifik war. Und so kommt halt einfach alles zusammen. Wir haben riesige Kampfroboter von einem deutschen Kriegsorden, Ritterorden, Kampfgruppe 3, die eigentlich sich, das sind die Drachentöter, seit Marduk in Babylon die ersten Drachen getötet hat, tragen sie diese Tradition fort. Wir haben die Cyber Samurai, das ist so eine Mischung aus Mensch und Maschine, die aus den Japanern entstanden sind. Und wir haben ganz stark japanische Mythologie im Spiel, eben zum Beispiel durch die Uni, das sind die Schergen und Diener von Tsukuyumi, also wie man sich die vorstellt, so mit Hörnern und japanischer Kleidung. Und dieser ganze Kosmos, der geht von hinten nach vorne und von vorne nach hinten. Wir können in den aktuellen Medien decken, also Brettspiel und Comic, fangen wir an, den ersten Blick in diese Welt zu werfen. Und meine Freundin sagt auch immer, ich überfordere die Leute zu schnell, weil aber so viel schon drin steckt. Deswegen ist der Comic jetzt erstmal so gedacht, als, ich will nicht Teaser sagen, aber du kriegst einen schnellen Einblick in diese Welt, was da alles passiert und was da vorgeht. Und die folgenden Bände werden immer tiefer reingehen. Da gibt es dann die Lords of the Lost Sea, ich stehe vor, eine Walherde, die durch den Einfluss von Tsukuyumi vier Flössen entwickelt hat und jetzt an Land laufen kann. Aber einer meiner, wir haben dann auch in der Erweiterung, wird es dann um einen Korallenriff gehen. Durch den Einfluss von Tsukuyumi ist es dann nicht abgestorben, als es trocken gelaufen ist, sondern hat, das heißt, du kannst, diese Comic wird, ich weiß bis jetzt nicht, worauf es in diese Comic gehen soll, aber ich stehe vor, du hast einen Korallenriff, das nicht denkt, nicht spricht, sich nicht bewegt als Hauptcharakter. Und das kannst du auch im Brettspiel spielen. Also eine Fraktion, die sich nicht bewegen kann. Aber eine der verrücktesten Fraktion die es geben wird, ist dann die Sorority of Scissors. Stell dir vor, das sind russische Elite-Soldaten und die werden eingefroren, damit sie, wenn der Mond gelandet ist, eben aus dem Bunker rauskommen können. Und die kriegen so einen Nanoroboter-Cocktail indiziert, damit sie stärker sind und sich gegen Genschäden, also Radioaktivität, schützen können. Diese Naniten allerdings sorgen dafür, dass jedes Y-Chromosom in der Tiefschlafphase zu einem X-Chromosom umgebaut wurde. Das heißt, die gehen als Männer rein und kommen alle als Frauen wieder raus. Das ist eine äußerst umfangreiche Welt, die da wahrscheinlich auch, also deswegen ist der Comic sicherlich eine gute Hilfe. Ist das so ein bisschen, kann ich mir so eine Origin-Story vorstellen? Genau, wir haben hier die Origin-Story von ein paar Fraktionen und mit dieser Origin-Story erzählen wir den Hergang, was eigentlich passiert ist. Sprich, wir haben sechs Einzelgeschichten, die für sich genommen eigentlich eine Fraktion erzählen, ein bisschen antiesen, aber eigentlich die Grundlage liefern für alles, was weiter passiert und vor allem, was zur Hölle ist da eigentlich los? Warum ist die Erde so, wie sie ist? Und warum merkt der Mond auf der Erde? Vielleicht nochmal kurz zum Entstehungsprozess. Wie lange hast du daran gearbeitet? Weil das ist ja nun wirklich äußerst umfangreich. Wie lange war das und vor allem bist du mit der Intention an die Sache rangegangen, daraus dann eben zum Beispiel ein Spiel und dann eben jetzt so ein Begleitcomic zu machen? Dreieinhalb Jahre habe ich daran gearbeitet und es hat angefangen mit einem Kartenspiel und als die Welt immer weitergewachsen ist und die Fraktionen immer spektakulärer wurden, dachte ich mir, weil ich als Comiczeichner ja schon ein Standing habe, könnte man mit dem Comic einfach die Welt nochmal erzählen. Stell dir vor, du machst die Schachtel des Spiels auf und hast dort Comics drin. Persönlich würde ich sagen, boah, das ist mega cool. Okay, ich mache das einfach. Egal, was das bedeutet, ich mache das einfach, dass man sofort in diese Welt eintauchen kann. Und Crosscut hat dann eben eingehakt und gesagt, hey, wir möchten gerne das, was du da machst, nochmal Hardcover rausbringen, aber mit ein bisschen mehr Content. Und deswegen haben wir jetzt hier die fünf Origin-Stories der Fraktionen, die im Spiel enthalten sind, plus nochmal 20 Seiten Origin-Story für die ganze Welt. Wie ist der Mond auf der Erde gelandet? Warum? Wieso? Wer hat das verursacht? Das heißt, du hast im Print-Comic mehr Story, als du es im Brettspiel eigentlich brauchst. Und deswegen, ich finde die Kombination aus Brettspiel und Comic sehr hilfreich, um beides abzudecken. Du hast das Interaktive zum Spielen und du hast das Narrative, um zu erzählen. Ja, auch super, um halt eben auch für die Fans noch einen tieferen Einstieg in diese ganze Atmosphäre und die Geschichte zu bekommen. Hervorragend, finde ich ganz toll. Vor kurzem hatten wir, das heißt vor kurzem, auch schon wieder ein Jahr her, hatten wir ein Gespräch mit jemandem von Pegasus-Spiele, die eben auch Brettspiele machen. Ich muss gestehen, das waren so meine größten Ansatzpunkte, speziell jetzt in diesem Bereich, Brettspiele. Vielleicht kannst du mir Laie und vielleicht auch den Zuhörern da draußen mal erzählen, was das Spiel ausmacht und in welche Richtung geht das? Ursprünglich war sie, du hast jetzt gemeint, gab es ein Kartenspiel. Was ist das für ein Brettspiel? Stell dir vor, du hast ein Brettspiel, bei dem jeder eine absolut eigenständige Fraktion spielt. Wir nennen es immer asymmetrisches Spiel, das heißt, der Insektenschwarm, der Dark Seed, hat 32 Einheiten, die sich extrem schnell ausbreiten können und Eier legen. Oder du hast dagegen die Kampfgruppe mit fünf Einheiten, die sich raufschneidend, gut stabil bewegen können, aber halt im Kampf vor allem stark sind. Du hast 32 Einheiten gegen fünf Einheiten. Worum es im Spiel geht, ist, dass du Gebiete eroberst. Das ist ein Area Control Game, das komplett ohne Glücksfaktor auskommt. Das heißt, keine Würfelwürfe, keine Karten, die man zufällig zieht, sondern du bist derjenige, der die Fraktion spielt und das Spiel definiert. Durch die unterschiedlichen Aktionen der Spieler, wie sie das Spielfeld beeinflussen, entsteht Abwechslung und Überraschung, aber eben nicht durch einen Würfelwurf. Du kannst also keinen Würfelwurf, sorgt nicht dafür, dass du verlierst, sondern wenn, dann warst du selber schlecht im Spiel. Und das Kampfsystem ist dahingehend besonders, dass du traditionell hast, ja der Angreifer greift an und der Verteidiger darf maximal noch irgendeine Verteidigungsaktion machen, maximal. Aber das ist auch relativ selten. Was wir gemacht haben, ist, wir haben aus dem Kampf einen Dialog gemacht und analysiert, wie spielen Spieler, wie kämpfen die. Und normalerweise ist es ja so, dass der Angreifer einfach festlegt, okay, ich habe hier vier Einheiten, ich mache jetzt deine eine Einheit kaputt. Sprich, er greift sowieso mit der Übermacht an. Deswegen haben wir gesagt, Tsukuyumi geht davon aus, dass der Angreifer auf jeden Fall schon gewonnen hat, weil er hat ja schon entschieden, hier zu gewinnen und der Verteidiger sucht dann den Preis für diesen Sieg raus. Du hast eine Kampfkarte, da steht drauf, du bist der Eroberer, du bekommst das Gebiet erobert. Dann gibst du die Karte dem Verteidiger und der sucht sich auf dieser Karte eine von vier Kontern aus. Das kann ein Gegenangriff sein, das kann aber auch noch viel mehr sein, zum Beispiel, dass der Gegner sich zurückziehen muss oder dass ich einen Vorteil bekomme. Also jeder Kampfausgang bringt mir als Angreifer einen Vorteil, aber auch dem Verteidiger verändert sein Spiel und bringt ihm Spielvorteile. Dadurch hast du immer einen Dialog und das sorgt dafür, dass die Downtime bei den Spielern, obwohl es ein relativ großes Spiel ist, relativ gering ist, kurze Aktionen und wenn man gegeneinander kämpft, hat man einen Dialog miteinander. Interaktion findet also vor allem in den Kämpfen statt, die man da mit denen... Interaktion findet immer statt, auf jeder Ebene. Das Spielfeld ist vom Platz her relativ überschaubar, sodass man mit den ersten Schritten noch nicht angreifen muss, aber irgendwann kommt es dazu, dass man miteinander interagieren muss in irgendeiner Weise und die Aktionskarten, die Eventkarten und vor allem die Fähigkeiten der Fraktionen sorgen dafür, dass das Spielfeld in einer konstanten Bewegung ist. Neue Fielder anlegen, weglegen, Einheiten bewegen. Darum ging es mir, ein Strategiespiel zu machen, bei dem man eine starke Identifikation mit seiner Fraktion hat. Also ich spiele auch wie die Insekten, ich fange an, wie die Insekten zu denken und kämpfe dann gegen Menschen, die ganz anders denken müssen. Und das ist das hat für mich einen Reiz ausgemacht und deswegen habe ich da dreieinhalb Jahre lang reingesteckt, um das zu balancen und hinzubekommen. Failing ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema bei sowas. Du als geübter Spieler, wie würdest du die Einstiegshürde bezeichnen für jemanden, der sonst nur Monopoly spielt? Okay. Also Monopoly. Tsukuyumi kann man, wenn man will, es ist sehr leicht lernen, obwohl es komplex ist. Die Einstiegshürde ist hoch. Das bedeutet, wir haben das so gemacht, du brauchst das komplette Set an Regeln und Verständnis, wie dieses Spiel funktioniert. Dafür braucht man ungefähr eine halbe, dreiviertel Stunde. Wenn man das einmal gelernt hat, ist die Spielhürde halbiert. Also sprich, du brauchst dieses Regelheft eigentlich nicht mehr zur Hand nehmen. Das ist eine interessante Erkenntnis gewesen, dass unser Regelheft eigentlich nur für die erste Runde gebraucht wird. Und dann, unsere Erfahrung war, dass die Spiele das Regelheft nicht mehr zur Hand nehmen, weil die Regeln und der Ablauf eines Spiels extrem selbsterklärend sind. Die Karten, die man hat, die Aktionskarten geben die Runden Erfolge vor, die Aktionen vor. Was ich tun kann, steht alles auf den Karten drauf. Das heißt, man muss sich durch eine Dreiviertelstunde Einführung durchboxen und hat dann ein absolutes Spielerlebnis, weil man dann nicht mehr nachdenken muss. Du hattest jetzt gerade auch dieses Regelwerk und speziell das Regelheft angesprochen. Ich glaube, es ist auch ein gewisser Trend, wobei der ja auch schon länger existiert, sich vieles auch einfach im Netz von einem Video erklären zu lassen. Ich weiß nicht genau, wie Ihre Kampagne jetzt ausgesehen hatte. Gibt es da was, wo man sich auch vielleicht ein Video oder was zu anschauen kann? Ja, wir haben mehrere gemacht, auf Deutsch und auf Englisch. Also man kann sich mittlerweile das Spiel komplett online erklären lassen. Okay, super. Dann, glaube ich, haben wir hier vieles. Genau, der Comic ist schon erschienen. Das Spiel erscheint in Kürze. Du hattest noch von einer Erweiterung gesprochen, die auch schon geplant ist. Die refinanziert sich aus der Kampagne, schätze ich. Wir machen eine zweite Kampagne. Okay. Genau, wir werden, wir haben jetzt effektiv gewähltes 25 Fraktionen geben. Von denen sind jetzt weit mehr als die Hälfte spielbar und fertig. Und die testen wir jetzt, damit das Balancing wirklich stimmt und werden die dann nach und nach releasen. Aber wir haben das ganze Universum auf einmal entwickelt. Felix, ich danke dir viel, vielmals für deine Zeit und für die umfangreichen Ausführungen hier zu dem Spiel, das wirklich sehr interessant aussieht. Ich wünsche euch viel Erfolg und viel Glück und vor allem noch viel Spaß heute am restlichen Sonntag hier auf der Messe. Ja, danke dir auch und vielen Dank, dass du auf den Flug gekommen bist. Danke, ciao. 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 Applaus